Und jetzt ist es eigentlich ganz, ganz einfach. Sie haben ja gerade Zeit. Und Sie müssen einfach nur noch unterschreiben, dann ist alles gut. Ja, also ich würde mir das gerne mal überlegen. Nein, nein, nein. Ich habe gerade nur noch diesen Bonus jetzt hier. Also wenn Sie jetzt noch ein bisschen länger warten, dann geht das leider nicht mehr. Nee, aber also ich muss mir das nochmal in Ruhe, glaube ich, alles angucken. Ich möchte jetzt ungern mir jetzt direkt eine Entscheidung treffen. Das geht leider nicht. Wir müssen das direkt hier, sorry, die Digitalisierung. Ja, Sie wissen ja, ich muss jetzt auch eigentlich, also ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Ich würde ganz gerne jetzt... Jetzt nimm den verdammten Stift in die Hand und jetzt unterschreibe. Oh Gott. Ich sitze gerade seit fünf Minuten auf diesem scheiß Bürostuhl hier in meiner doofen Wohnung, bei dem der eine Arm, so diese eine Armlehne schon abgebrochen ist. Und ich habe mich gerade aufgesetzt und ich wirklich, ich klebe am Stuhl, ich schwitze, es ist abartig, es ist so heiß hier draußen. Was soll das? Es ist unerträglich. Ich verstehe ehrlich gesagt auch gar nicht, woher dieser ganze Schweiß aus meinem Körper kommt. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwelche Corona-Reste sind hier, die einfach raus wollen, aber an sich ist es einfach mal wieder der sogenannte Hitze-Sommer 2020. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon an den 40 Grad kratzt. Wir haben heute den 10. August Folge 128 von Rundfunk 17 und natürlich beschweren wir uns am Anfang, das kennt ihr jetzt seit bald zwei Jahren, über den Sommer, über die Hitze. Es ist unerträglich und es ist auch bei mir die Aufnahmesituation in meiner Wohnung ist natürlich noch mal unerträglicher, weil für die Aufnahme muss man natürlich alle Fenster und so weiter zumachen. Man hat gar keine frische Luft, man kann sich nicht den Ventilator irgendwie in die Fresse ballern lassen und diese, was auch immer jetzt hier kommen, 70 Minuten, staut sich die Luft hier und das mache ich alles nur für euch, aber es ist unerträglich. Ich würde hier einfach gern gleich den Ventilator anmachen, wenn das so weitergeht. Ich hätte zwei Fragen an dieser Stelle. Kann ich meinen eigenen Schweiß trinken? Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich weiß es nicht. Also wenn man den so sammelt, mit so einem Glas irgendwie über die Haut fährt, an den Achseln viel wahrscheinlich, kannst du gut abschöpfen. Ich habe das Gefühl, der Mensch ist wie so ein Baum. Bäume haben ja Harz. Aber kein Harz 4. Und du steckst da ja so ein Ding rein. Wie heißt das? So ein Phallus-ähnlicher Gegenstand. So eine Zapfmaschine packst du ja an den Baum. Und dann läuft da ja das Harz raus. Wenn ich das jetzt bei mir mache, was passiert dann? Kriege ich dann auch Schweißsaft? Das wäre eigentlich eine Frage an Dr. Farmaus. Ich glaube, sie ist aber heute einfach auch zu faul bei der Hitze, was zu sagen. Aber ich habe auch gerade gedacht, das wäre auch was für die Höhle der Löwen. Wenn man einfach vielleicht so unter seinem Shirt so eine Art, es gibt doch diese, wie heißen das, diese Wärmepflaster. Weißt du, du machst an deinen Schweißherden einfach so eine Art Klebeband, so eine Art oder eng anliegendes irgendwas. Und das zapft dann den Schweiß ab. Du sparst dir den Geruch, du sparst dir die Schweißflecken. Und mittels eines komplexen Filtersystems, wie bei so einem Britta-Wasserfilter, wird dann da, da ist ja, Schweiß ist ja, man weiß das ja, ist ja so sauer und so, glaube ich. Ist das nicht salzig? Ja, da müsste Salz und Säure und so, oh Gott, ist das wieder leihenhaft, was ich hier sage, müsste da rausgeangelt werden mit vielleicht auch Lapislazuli und Kristallsteinen und so noch veredelt. Und dann hast du am Ende, ist halt nicht viel Wasser wahrscheinlich. Oh ja, und du kannst das aber, du kannst aber dann spenden. Und dann, wenn du zum Beispiel so, keine Ahnung, ich habe eine Inlandsflugreise und dann kannst du deinen Schweiß spenden, so um die CO2-Bilanz irgendwie auszugleichen. Das finde ich ganz geil. Aber es funktioniert so nicht. Ich wollte gerade einen Tipp geben zum Thema Hitze. Freunde, ich habe was gelesen im sogenannten Internet auf yellowstrom.de gibt es wohl die Möglichkeit und davon wusste ich nichts. Du kannst dir nasse Lappen in die Wohnung hängen und dann wird es wohl kühler. Das habe ich selbst ausprobiert. Ich habe an Redo an die Wand gehangen und das Ergebnis war, es wurde kalt. Ja, Alter, aber irgendwann ist doch die ganze Bude einfach nur noch lächerlich. Du kannst doch irgendwann dich gar nicht mehr richtig wohlfühlen, wenn hier überall, da steht der Ventilator, dann hängen die nassen Lappen hier überall, Schüsterseil sind 9 bis 16, liegen da überall rum und mit Kerzen und so, Lichterkette um die Oberschenkel gewickelt. Am Ende ist doch deine ganze Wohnung, dein ganzes Sein einfach nur noch eine pure Lächerlichkeit. Ich möchte grundsätzlich, also für mich ist ein Stichwort einfach Durchzug. Durchzug ist des Müllers Lust, sagt man glaube ich auch hier in Köln. Und das ist einfach immer wieder schön. Es gab ein kleines Problem jetzt vorgestern zum Thema Durchzug, weil ich habe ja, das berichte ich, Spannend. Durchzug ist des Müllers Lust. Heißt das nicht so. Was? Ich habe ja, ihr kennt ja die Wohnsituation des Anredos, seit es diesen Podcast gibt, wohne ich in meiner eleganten Stadtwohnung, die aber einfach riesige Fenster hat und das führt leider dazu, leider, weil die nicht so. Das sind aber schöne Fenster, du hast ja auch recht hohe Decken, ne? Ich habe hohe Decken, ich habe Fenster, die wirklich so hoch gehen bis zur Decke, dass ich da gar keine Gardinenstange drüberhängen kann, weil da kein Platz mehr ist. Da ist wirklich nur so zwei Zentimeter Platz bis zur Decke, wenn ich die Fenster öffne. Aber du hast doch Gardinenstangen. Die sind am Fenster montiert, das ist richtig leckerlich. Das ist mit einer sogenannten American Tape Variante ins Fenster gebohrt und nochmal so Klebeband drüber, ganz, ganz dubios. Hat das denn gemacht, warst du das selbst? Hast du das selbst da reingebohrt? Ja, also habe ich ja, aber da waren schon Löcher vorher in den Fenstern, weil es einfach keine andere Möglichkeit gibt. Das große Problem, ich meine, schöne große Fenster, alles toll, ist, die sind halt komplett zur Sonnenseite. Ich weiß, das erzähle ich hier jedes Jahr, nochmal zur Erklärung, die Sonne geht auf über meinem Schlafzimmerfenster, dann wandert sie weiter. In welcher Himmelsrichtung ist das? Im Osten. Das sagt man auch. Der Osten ist des Müllers Lust, sagt man, glaube ich, auch. Nee, im Osten geht die Sonne auf und so weiter. Der Osten ist des Müllers Lust. Und dann habe ich in meinem Wohnzimmer zur Mittagszeit die Sonne und abends in meiner Küche. Das heißt, ich habe komplett, welche ist nicht die Sonnenseite? Im Westen ist sie nie zu sehen oder wie heißt das? Im Osten geht die Sonne auf? Im Dingsbums? Nee, im Norden? Ach, keine Ahnung. Im Norden, glaube ich. Und diese Nordenseite existiert bei mir nicht, weil da ist das Treppenhaus bei mir. So, insofern habe ich ja nicht die Möglichkeit, richtig Durchzug zu machen. Aber im Treppenhaus ist es richtig schön kühl, oder? Im Treppenhaus ist eigentlich ganz angenehm. Das heißt, jetzt kommt's, um guten Durchzug zu machen. Ich habe meine Couch in den Flur gestellt. Ey, das hätte ich einfach machen sollen. Nein, aber ich habe dann einfach die Tür zum Treppenhaus aufgemacht, weil dann kommt so die Treppenhausluft, es riecht auch gar nicht mehr so stark nach Obdachlos bei mir im Treppenhaus, habe ich aufgehabt. Es führt aber dazu, dass natürlich den ganzen Tag, ja, ich wohne ja jetzt nicht komplett oben und es sind noch ein paar andere Wohnungen, also es laufen einfach ständig Leute an meiner Tür vorbei und ich kann die auch überhaupt nicht auseinanderhalten. Gucken die rein? Natürlich gucken die rein. Was sehen die so? Die sehen mich meistens in Unterhose auf der Couch sitzen, Ventilator daneben und dann läuft Promi Big Brother oder sowas. Und auch viel zu laut natürlich. Das hörst du im kompletten Treppenhaus, hörst du irgendwie hier Werner Hansch rumbrüllen. Ja, das kann passieren. Aber weißt du, was passiert ist jetzt? Am Freitag war das. Da habe ich gearbeitet, gerade Mittagspause und habe gerade meinen Fliesentisch gedeckt und Nudeln stehen auf dem Herd und kochen. und auf einmal kommt so ein Typ im Treppenhaus hoch, Anfang 20, hatte so eine Kappe auf, gut aussehend, so ein Wind, der hatte so ein offenes Leinenhemd an, der hatte so ganz lange Frisur, die so im Wind geweht hat und so durch den Durchzug des Müllers Lust durchgeweht. Er hatte so lange Haare und der sieht halt einfach 1a aus wie, also ich würde mal sagen, er ernährt sich bewusst und vegan, würde ich sagen. Er hatte auch so, wie nennt man das nicht, Tunnel im Ohr? Er hatte denn eine Slackline dabei und ist in den Park gegangen, hat die aufgestellt. Fast. Er hatte, wie nennt sich das nicht, als Tunnel, aber wenn du so einen Einkaufswagenchip unten im Ohrläppchen hast, so einen schwarzen. Äh, ein, ein, äh, ähm, äh, ich glaube Teller. Ach genau, aber so einen kleinen. So, und dann so einen kleinen Teller, ich weiß nicht, ob das so heißt. Ach, die haben doch alle so komische Namen. Sonaplexus, Periplex, Estefan und sowas. all das Zeug hat doch so weirden Namen. von Dieter Bohlen. Helix, äh, äh, Nostradamus, durch die Nase, ich weiß auch nicht, die haben doch alle so ganz weirde Namen, diese ganzen Parsings, die man überall haben kann. Diese jungen Leute, das ist ja unfassbar so. und dann, ich wusste, ich hab erst gar nicht gedacht, was, was will der, wohnt der hier, ist der, keine Ahnung. Und ich steh gerade, äh, ich guck gerade aus der Tür raus und hab gerade meine Airpods, äh, im Ohr und, äh, guck nebenbei Punkt 12. Wie gesagt, die Nudeln stehen auf dem Herd und auf einmal sagt der so, warum ist nicht die Tür auf? Und ich so, ich dachte, was geht dich das an, aber hab gesagt, hast du geantwortet? Nein, weil der das ja, also der hat das jetzt schon freundlich gesagt, aber ich wusste halt gar nicht, was er will und wer er ist und dann sag ich halt so, ja, ich lüfte hier, das ist dann, ne, ein bisschen Durchzug. Ach, wie cool. Ähm, ähm, sag mal, äh, äh, wie alt bist denn du? Können wir das nachspielen? Darf ich reinsteigen als du? Sehr gerne. Und wie alt bist du nochmal? Ja, du musst ja jetzt kreativ überlegen, ich hab natürlich nicht einfach mein Alter gesagt. Ja, wie alt bist du nochmal? Du bist 27, oder? Ich bin dann in ein ganz, äh, äh, interessantes Gespräch gestanden. du sagst dann, weißt du was du sagst? Du bist wie so ein Dad, der macht dann immer diesen Witz, diesen einen, hä hä, hä, wenn man die Zahl umdreht, hä, Freund. Nein, ich habe dann gesagt, weil ich dachte, okay, Challenge accepted, wenn du hier auf so locker und mitten im Treppenhaus einfach stehen bleibst, dann mach ich daraus einfach mal. Dann ziehe ich meine Hose aus. Dann ziehe ich einfach mal die Hose aus und stehe komplett. Ne, dann hab ich gesagt, ja, was, was schätzt du denn? Und dann meinte er, also gerade, ich weiß, das ist schon wieder unangenehm, aber ich wollte jetzt auch nicht einfach dann irgendwas sagen und ich wollte, wusste auch nicht richtig, worauf er hinaus will. Und dann hab ich auf einmal gesehen, er trägt um den Hals so eine Art Schlüsselband, so wie so ein VIP-Ausweis und oben war sein Personalausweis und unten sein Mitgliederausweis einer großen Spendenagentur. Oh nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der hat dich gefragt, ob du mit bei diesem Schulmarathon laufen darfst, bei dem du in der Nachbarschaft Geld sammeln musst. Es folgte das unangenehmste Gespräch in der KW, wo sind wir? I don't know, 30 vielleicht, kann ich mir in Kalenderwochen umrechnen, mein Leben findet außerhalb von solchen Sphären statt. Und dann sagte er, ja, bestimmt 25, oder? Ich hab gesagt, ja, ja, bestimmt. Und dann meinte er, das ist aber gut, weil man muss nämlich 25 sein, um bei uns hier mitmachen zu können. Ich denk schon so, fuck. Also Leute, erster Tipp, wenn jemand von Oxfam vor euch steht, in der Wohnung, sagt, egal wie alt ihr seid, sagt einfach, ihr seid, entweder ihr seid wirklich unter 25. Wie kommt ihr denn ins Haus? Das ist doch Haustriebsdruck. was weiß ich, Alter, hier kommen Obdachlose rein und raus und die Post und so weiter. Ich sag doch einfach, in meiner Wohnung, was soll das? Entschuldigung, ich hab Koronko, ich hab Quarantäne. Ja, hättest du wirklich sagen müssen, ich bin grad in Quarantäne, ich hab grad Corona. So, aber das Gespräch wird ja viel schlimmer, weil dann hab ich erst realisiert, okay, mit der offenen Tür, ich hätte den gar nicht abwimmeln können und jetzt muss ich mich leider bequatschen lassen. Und dann hat er gemeint, hast du denn schon mal von Oxfam gehört? Und so weiter. Und dann hab ich gesagt, Alter, weißt du, weißt du denn, was wir genau machen? Können wir ganz kurz mal die Situation analysieren, dass du ja in der Regel, aus solchen Situationen immer sehr, sehr leicht rauskommst, indem du sagst, ja, sorry, ich hab noch was ganz Wichtiges zu tun. Aber du sitzt in Unterhosen auf der Couch in deinem Haus und du kannst ja nicht sagen, ja, sorry, ich hab noch was ganz Wichtiges zu tun, gehst ins Schlafzimmer und schläfst. Das geht ja nicht. Naja, ich hätte schon sagen können, also ich hab ja die Nudeln auf dem Herd, da kommt gleich auch noch die große Pointe und ich hab ja theoretisch Homeoffice und hätte ja sagen können, oh, der Chef ruft an, Tür zu. Aber ich brauchte ja auch den Durchzug, insofern musste ich den irgendwie wegkriegen. Weißt du, das hat jetzt nicht unseriös auf mich gewirkt, aber an sich sind ja so Haustürgeschäfte. Der ist einfach so in dein Treppenhaus gekommen, Na, der wird einfach überall geklingelt haben und dann hat die Thailänderin gedacht, jetzt kommt irgendwie die Post und dann, mein Gott, man drückt ja einfach auf den sogenannten Summa in der sogenannten Stadt. Das ist der Innenbegriff von unseriös. Es wird nicht unseriöser. Es wird es nicht. Also, es wird natürlich unseriöser, weil er mir dann erst mein Kotelett an des Müllers Ohrs gelabert hat. Weil, ähm, dann ging es los mit, ne, weißt du denn, was wir machen? Und so, und ich so, ja, so ein bisschen, ja, genau, also für uns, ne, ist ja das Thema Trinkwasser. Was schätzt du denn, jetzt frag ich dich einfach nochmal zurück im Hörspiel, was schätzt du denn, wie viele Menschen auf der Welt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben? Äh, ja, mehr als drei. Richtig, zwei Milliarden. Und dann wurde der so, 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 so melodramatisch und hat so fast so eine Träne. Zwei, so hat er es gesagt, zwei Milliarden, das ist so heftig. Und ich so, und ich stand mit so verschränkten Armen die ganze Zeit da und dachte so, okay, ich lass mir da, also, der hat das wirklich gut, ich hab ihm das auch dann gesagt, dass ich das, dass ich das Gespräch an sich und seine, Bei so einem Theater spielst du mir grad vor, wie der so die Faust nach oben streckt und so runterziehst. Zwei Milch ab. Ja, genau. Und, äh, ja, das ist richtig heftig und wir machen das und das und das. Und natürlich, jetzt ging das dann fünf Minuten und er hat immer noch erklärt, was sie alles machen und, ah, hast du das hier mitbekommen in Beirut und so weiter und das sind ja überall. Und ich so, ja, 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 ja. Und auf einmal ging die, ging die Belexer, da war das der Timer von den Nudeln und da dachte ich, jetzt hab ich doch meine, jetzt ist das doch meine Chance, Freunde, wenn das hier bimmelt. Das zeigt ja einfach so, hier ist eine gewisse Zeitebene abgelaufen, die mich zum Handeln innerhalb meines Haushalts zwingt. Und ich so, ah, die Nudeln, jetzt kochen die Nudeln, das tut mir aber, ja, ja, kein Problem. Da hat der gewartet, bis ich die Nudeln abgegossen hab. Ich dachte, Junge, Alter, warte ich doch noch, bis ich mir hier gleich die reingelöffelt hab und nach dem Stuhlgang, können wir nochmal reden oder was? Hab ich die Nudeln in das Sieb gegossen, der stand da immer noch und erzählt mir noch weiter, was jetzt hier alles da mit der Explosion und so weiter und Corona hat ja auch da viel, ne, und die Leute und so weiter und es ist ja auch so heiß und keiner macht ihm die Tür auf. Der musste doch in deiner Wohnung dafür stehen, oder? Der stand direkt in der Tür, an der sogenannten Corona-Schwelle. Ich hätte die Polizei gerufen, Alter. Ganz demonstrativ, während der da ist. Das zeigt doch einfach wieder, was ich auf zwei Ebenen eigentlich für ein Wichser bin. Einerseits, natürlich spende ich da nichts. Einfach auch aus, aus meinen Prinzipien, dass ich bei so Haustürgeschäften nichts mache. Und auf der anderen Seite zeigt es meine eigene Persönlichkeitsschwäche wieder, dass ich einfach auch nicht in der Lage bin, elegant so ein Gespräch zu beenden und zu sagen, sorry, weißt du, du kannst dir die Zeit sparen, ich werde das nicht machen und tschüss, aber ich habe halt nicht, ich dachte am Anfang so, jetzt ist auch eine kleine Challenge für mich, aber ich habe nicht den Weg gefunden, auf eine faire und nette Art und Weise das Gespräch frühzeitig zu beenden. Dann ist das halt so umgekippt. Und der meinte dann auch schon so, ja, das ist ja auch alles so unverbindlich und ich muss jetzt hier auch nichts entscheiden und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, ist doch top, dann gehe wieder und dann gucke ich es mir nochmal auf der Webseite an und so. Ja, das geht natürlich alles nicht. Ich habe auch hin und wieder schon mal was gespendet und werde auf jeden Fall jetzt die Organisation auch schon mal im Hinterkopf haben und das hast du auch schön erklärt und so, ja, Flyer haben wir nicht, wegen Umweltschutz und so weiter. Also das geht natürlich alles nicht. Und dann holt der auf einmal so ein sogenanntes Postgerät aus seiner Hosentasche raus. Also so ein Gerät, was auch Postboten, die vielleicht iPhone 11 Pro Max 256 GB Nachtgrün klauen, wo man so unterschreiben muss. Weißt du, so einen riesengroßen Touchscreen mit so einem Display holt der dann aus seiner Hose raus und dann meinte er, ja, das kann man ja mal alles eintragen. Das ist ja alles unverbindlich. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass du jetzt hier eine Spende machst, aber nö, einfach mal alles eintragen. Und dann habe ich schon gemerkt, ja, ich möchte jetzt hier nichts eintragen. Wie komme ich denn jetzt aus dieser Nummer raus? Und dann habe ich gedacht, es gibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit, wenn schon der Belexer-Joker nicht funktioniert. Du musst jetzt einfach hartnäckig bleiben und das fällt dir schwer, weil der Typ echt nett war und sich jetzt zehn Minuten mit dir auseinandergesetzt hat und man hat gemerkt, der steht auch dahinter und so weiter. Aber ich muss einfach jetzt auch sagen, dass das halt, dass das für mich keine Option ist. Und ich habe dann versucht, ich habe dann auch gesagt, du, wir können das jetzt, glaube ich, abkürzen. Ich werde hier nichts abschließen und unterschreiben und weder irgendwas Unverbindliches. Oh, dann hast du durchgezogen? Ja, musste ich, ohne Scheiß. Ich habe gedacht, ich werde das safe nicht machen. Habe ich ihm auch gesagt, du brauchst mich nicht umstimmen, ich mache das nicht. Das geht einfach auch grundsätzlich darum, dass ich hier an der Tür, ich finde das einfach unseriös, ich möchte das einfach auch nicht supporten. Hast du unseriös gesagt? Ja, ich habe gesagt, Haustürgeschäfte sind immer unseriös. Alter, das hört sich jetzt richtig aggressiv an. Ich habe auch gesagt, es tut mir jetzt auch leid, dass du jetzt hier zehn Minuten das gemacht hast. Du hast aber auf jeden Fall so wie in einer Beziehung, so es liegt nicht an dir. Ich dachte wirklich, also einen sympathischeren Typen, der das auch wirklich besser rübergebracht hat, hätte ich auch nicht kriegen können. Und der auch so, ach schade Mensch, du bist so nett. Ich denke so, ja wow, natürlich bin ich nett. Und natürlich hätte ich auch die Tür nicht aufgemacht, wenn die zu gewesen wäre. Aber sorry, tut mir leid, ich schaue vielleicht mal übers Internet. Habe ich auch tatsächlich gemacht. und habe die Organisation auf dem Schirm. Hast den Tab sofort geschlossen. Und habe den Tab natürlich dann recht schnell wieder zugemacht. Aber ja, vielleicht könnt ihr ja spenden und was für mein Gewissen tun. Oxfam heißt der Bums, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Patreon.com slash Hund575 würden das vielleicht weitergeben. Da wird auch massiv geholfen. Nee, aber da habe ich einfach wieder gemerkt, was ich für eine schwache Persönlichkeit bin. Und ich weiß auch nicht, wie man so ideal damit umgeht. Also wenn man, klar, du kannst einfach sagen, du machst einfach die Tür nicht auf und es entsteht gar nicht. Aber wenn du in so eine Situation reinkommst, weil es in deiner Wohnung einfach 37 Grad sind und dann ist jemand nett. Weißt du, ich dachte auch, wenn das jetzt so ein Arschloch gewesen wäre, hätte ich auch die Tür einfach zumachen können. Könnte ja jetzt sagen können, sorry, keine Zeit. Aber irgendwie hat er mich halt belullen lassen in des Müllers Kunst und hat einfach einen guten Job gemacht. Aber halt auch jetzt nicht, ist nicht zu sogenannten Conversion, nicht zu einem Kaufabschluss gekommen, was mir auch leid tut. Ich weiß auch nicht, ob die dann da provisionsmäßig, oder ob das irgendwie, ich meine ja, daran gemessen werden sie wahrscheinlich, aber ob die dann selbst auch noch irgendwas kriegen, weil es ist ja für einen guten Zweck, aber an sich stecken ja auch so Organisationen viel Geld in so eine Akquise rein und tut mir dann leid für ihn persönlich, aber nee, das ist für mich genau wie am Telefon, wenn jetzt hier O2 und Vodafone einem irgendwie neuen Vertrag, der nur das Dreifache kostet und so, ich möchte das alles in Ruhe, ich möchte das durchlesen, ich mache das gerne übers Handy, ich brauche den persönlichen Kontakt nicht. Das ist dann nie etwas gegen die Person, die mir das andreht, obwohl da ganz oft auch Wichser dabei sind, aber ich möchte einfach, ich möchte es selbst bestimmen, ich möchte nicht überrumpelt werden und ich möchte mir das alles in Ruhe angucken. Also eigentlich ist die Situation immer recht einfach und wie du auch da rauskommst, egal, du musst dich da gar nicht durchreden, egal in welcher Situation du bist, auch wenn du in Unterhosen auf der Couch liegst und die dich an deiner Haustür behelligen direkt, dann setzt du einfach die Airpods auf und sagst, ich habe keine Zeit, sorry. Und dann richtest du so ein bisschen deine Krawatte, die du trotzdem anhast und dann wirkst du immer Business und cool. Das ist eigentlich der Trick für alle Situationen, auch am Telefon und sowas, einfach schnell Airpods auf. Naja, ich hatte ja sogar Airpods drin, ich hatte am Anfang noch beide Airpods in den Ohren und dann war er in der Haustür oder in der Wohnungstür und sagte, warum ist die Tür? Dann habe ich einen Airpods rausgemacht, das war wahrscheinlich schon der Fehler und dann war ich aber auch so zwei Minuten mit einem Airpods und habe dann irgendwann gedacht, okay, jetzt musst du auch den zweiten rausnehmen und das war wahrscheinlich echt der Fehler. Der sogenannte Airpods-Fehler. Damit hast du ihm ja, ach, das ist ja das große Problem, du hast ihm damit das Interesse signalisiert. Airpods raus, oh, er ist interessiert. Ja. So, wie lange war denn die Situation insgesamt? Ja, so zehn Minuten würde ich sagen. Zehn Minuten? Der Nudelkoch-Timer ging zwölf Minuten. Naja, also ich kritisiere ja hier auch immer wieder Menschen, insbesondere Männer, bei denen fällt mir das auf, die draußen rumlaufen, teilweise in kleinen Gruppen und jeder hat so einen Airpods drin, aber die unterhalten sich und so. Weißt du, Das ist so weird. Ich verstehe nicht, wie das sein kann. Und da möchte ich nicht dazugehören, deswegen versuche ich schon bei Gesprächen und so die Dinge einfach kurz rauszunehmen, aber innerhalb einer Gruppe, also nicht irgendwie mal schnell von A nach B und vor allen Dingen nicht alleine, dieses, ich habe einen Airpods drin oder sogar zwei und unterhalte mich aber und so, wie sehr kann man eigentlich signalisieren, dass man eigentlich keinen Bock hat und am liebsten einfach seine Apache-Musik hören möchte? Ich hätte gerne Apache. Pass mal auf, jetzt als du gerade gesagt hast, Vodafone, irgendwelche Verträge, die die andrehen wollen. Ich möchte über eine ähnliche Situation wie du sprechen. Ich habe nämlich eine echte Crime-Scene erlebt, sogenannter Betrugsskandal, der Rundfunk 17-Betrugsskandal an dieser Stelle. Wir kommen zurück im Crime-Cast. Das war ja letzte Woche schon ein großes Thema. Und das war ja sehr, sehr erfolgreich, deshalb machen wir das jetzt weiter. Passt auf, Freunde, kurze Situation. Ich bin in die Mayonnaise-Wohnung eingezogen und dann habe ich mir gedacht, Leute, ich brauche ja Internet. Dann bin ich zum Unity Media Store meines Vertrauens gegangen. Nicht meines Vertrauens, sondern ich bin einfach nur hier in Darmstadt zum Unity Media Store gegangen, weil ich mir dachte, komm, dann mache ich das direkt vor Ort, vielleicht gibt es da auch ein Angebot und das ist ja sowieso Unity Media, vielleicht ist es einfach einfacher und dann machen wir das schnell so. So, dann gehe ich da hin und sage, Moin. Und die sagen, Moin. Und ich sage dann, Hi, ich hätte gerne einen Internetvertrag. Die sagen, Ja, LG, hier, super gut, 25 Euro im Monat, nach den ersten 12 Monaten dann 35 Euro, 400.000er Internetverbindung, 300 Euro Cashback. Ich dachte wirklich, okay, ich bin beim Super-Internetvertrag, ich habe jetzt geiles Internet, liebe Grüße, so gebe es mir. Ist es Müllers Lust auch an dieser Stelle. Und dann war alles cool. Es hat ewig gedauert, bis ich mein Geld bekommen habe, mein Cashback. Es hat ewig gedauert, bis mein Router da war, einen Monat ohne Internet. Aber da musste ich halt durch. So, das war alles gut. Die Welt war schön für mehrere Monate. So, dann hat Corona angefangen. Und auf einmal haben sich so Internetprobleme gehäuft. Es waren wirklich richtig viele Internetprobleme. Leute, die beim Stream dabei waren in unserer Streamingzeit, die wissen das, dass bei mir regelmäßig das Internet ausgefallen ist einfach. Es war absolut crazy. Und dann dachte ich mir sowieso schon so, okay, das ist super weird, ich rufe jetzt da an und sage, ich möchte bitte weniger Geld zahlen, weil die Hälfte der Zeit das Internet nicht funktioniert. Das hattest du dir mal erzählt, wo es dann hieß, aber sie haben es ja nicht gemeldet und so. Genau, richtig. Genau, richtig. So, alles cool. Jetzt war vor kurzem, ich glaube, Ende Juli war das, habe ich seit einem Jahr diesen Internetvertrag gehabt. Dann wurde es auf 35 erhöht, dachte ich mir. So, dann ist der erste des Monats, ich gucke auf die Rechnung, nicht 35, 60 Euro. Hä? Und ich sage so, what? 60 Euro? Haben die das in D-Mark falsch umgerechnet oder was? Ich weiß nicht, vor allem auch falsch in D-Mark umgerechnet. Ich weiß nicht, welchen Wechselkurs die genommen haben von 2008 oder was? Also, Entschuldigung. Auf jeden Fall habe ich dann erst mal, ihr kennt das ja selbst, wenn ein großes Problem ansteht und ihr sagt, ja, ich muss telefonieren, dann ist es ja eigentlich ganz, ganz klassisch, dass man das erst mal ignoriert und zwei Wochen wartet und dann erst anruft. Jedes Mal. Und das habe ich, das habe ich natürlich genauso gemacht und habe dann beim Unity Media Kundensupport angerufen. Eine Woche vorher ist der neue Unity, ist der neue Vodafone-Router angekommen, weil Unity Media jetzt Vodafone ist und ich musste mal einen Unity Media-Router wegpacken und den neuen Vodafone anschließen. Der, der diesen komischen Design Award gewonnen hat. Ihr kennt dieses komische graue Kästchen da aus der Werbung. Nee, sieht der wirklich cool aus? Nee, der sieht voll scheiße aus. Ich weiß nicht, wessen Design Award der gewonnen hat von, weiß ich nicht, der, der Hochschule Uckermünde oder was. Also, das ist wirklich absolut, absolut peinliches Scheißteil. Und den habe ich halt nicht angeschlossen, sondern habe dann erst mal angerufen. Und habe dann gesagt, hallo, liebe Grüße, wie sieht das denn aus? Was ist denn da los? Und dann haben wir so drüber geredet und da meinten die so, ja, das geht ja nicht, ne, wenn das da im Vertrag so festgestellt wurde, dann, äh, müssten sie das ändern. Ähm, und ich so, ja, könnten wir das jetzt machen? Und dann war da so eine ganz, ganz unfreundliche Person am Telefon und die sagt so, als ich gesagt habe, ja, könnten wir das jetzt irgendwie regeln deshalb? Und dann sagt er zu mir, dann raunt der mich an mit, Router anschließen. Ich so, Entschuldigung, was soll ich tun? Schließ dir den Router an, dann können wir weiterreden. Und ich so, okay, sorry, ich habe noch nicht meinen Router angeschlossen, oh mein Gott, jetzt können wir nicht über das Geld reden oder was. Das ist ja absoluter Wahnsinn, der hat mich genötigt, diesen Router anzuschließen. Gut, habe ich dann gemacht. Ähm, und dann haben wir weiter telefoniert und der sagt so, ja, das geht überhaupt nicht, wir müssen das klären, hier, schicken Sie mir doch bitte Ihre Vertragsunterlagen und dann ändern wir das ganz, ganz schnell. Sie haben das ja davor liegen, die geänderten Zahlungen und so weiter. du hast natürlich wieder überhaupt nicht den Vertrag irgendwo parat. Ich hatte den, ich hatte den doch parat. Und da stand aber auch safe, das war eindeutig. Ja, dann soll das ja keine große Sache sein eigentlich. Es wurde handschriftlich, ja, handschriftlich geändert und das ist wohl gültig. Hat das jemand irgendwie bei dir an der Wohnungstür abgeschlossen, den Vertrag oder was? Nee, pass auf, dann schicke ich denen das zu. Zwei Tage später rufen die mich an. Herr Mast, hören Sie mir mal zu, was ist denn da passiert? Das können wir so ja nicht annehmen. Und ich so, hä, wie? Was ist da los? Die so, ja, Entschuldigung, solche, solche Verträge machen wir hier nicht. Das darf eigentlich gar nicht sein. Wie solche Verträge machen wir nicht? Und ich, und ich so, hä, wie, was soll denn das jetzt bedeuten? Ja, Entschuldigung, was ist denn da passiert? Wo haben Sie das denn gemacht? Ich so, ja, beim Vodafone, beim Unity Media Laden hier in Darmstadt. Und die so, nee, das kann ja nicht sein. Das, also, da können wir leider nichts am Preis machen. Und ich so, hä, wie? Was soll ich denn jetzt tun? Ja, so im Zweifel, das ist im Zweifel Betrug. Im Zweifel zeigen sie die Leute an. Und ich so, boah, du sollst den Unity Media Laden anzeigen, weil durch die Übernahme von Vodafone sagen die jetzt auf einmal, das ist einfach, das ist nicht, 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 aber du hast den Vertrag mit Unity Media damals abgeschlossen und nicht mit irgendwie irgendeinem, einem Helmut aus irgendeinem Laden. Nicht mit Unity Media, sondern, also, das war dieser Laden, ich wusste auch nicht, dass diese Läden, da musst du ja Unity Media anzeigen, Unity Media ist doch dann jetzt Vodafone. Hä? Diese Läden sind so, äh, Franchise, whatever Scheiße. Franchise. Franchise. Die funktionieren für sich. French Niles. Und, Ja, aber den Laden, den gibt's doch wahrscheinlich dann auch nicht mehr, wenn da jetzt Unity Media. Den Laden gibt's noch. Dann würde ich ja mal hingehen. Und dann, dann haben die gesagt, ja, entweder, entweder sie zeigen direkt an oder am besten, äh, oder sie gehen nochmal dahin und versuchen irgendwie eine Lösung zu finden, aber ich würde ihnen da die Anzeige empfehlen. Was mein Abfuck. Kick doch mein Leben, Alter, jetzt muss ich die anzeigen oder was. So, dann geh ich da hin, ne, geh ich da hin, auf einmal ist so ein Typ, so, der steht da einfach. Ich natürlich ganz, ganz fetzig mit dem E-Scooter reingefahren. Nee. Reingefahren. Und komm halt cool mit meinem E-Scooter da an, mach so, Bremse so und dabei, wie beim Fahrrad, wenn du die Rückbremse drückst und dabei dein Fahrrad so drehst, weißt du? Mit dem Hinterrad dann so nach vorne. So bin ich reingefahren. Hab so die Sonnenbrille ausgezogen und meinte so, so, und los geht's. So, los geht's. Soll ich sie direkt anzeigen oder machen wir hier ein bisschen billiger? Hab ich die Daumen, hab ich erstmal die Daumen noch in, in den, in den, in den Hosenbund vorne reingesteckt, wie so ein Cowboy und bin dann erstmal da hingegangen und dann so, direkt Anzeige oder preisgünstiger. Preisgünstiger. Ich stürme euren Saloon. Und der sagt zu mir, also da hab ich dieses scheiß Wischding dabei und zeig ihm das und er sagt so, ja, das war, die Person, die den Vertrag abgeschlossen hat, ja, das geht so leider nicht. Das geht so nicht. Das war unsere Auszubildende. Und ich weiß einfach, aus dem Kontext, weil ich da öfter da war, weiß ich, dass das die Chefin in dieses Unity Media Stores war. Ich hab, ich hab mitgespielt und hab gesagt, oh ja, das passiert ja mal. Schade, schade, schade. So, dann, ähm, ich war da außerdem mit Mellos, dann haben wir so ein bisschen rumgeredet und er meinte, okay, cool, ich kann dir vielleicht das und das machen, ähm, wir können das auf 30 Euro runterdrehen, den, das Geld, ähm, was du hast, dann hast du zwar weniger Internet und kein Fernsehen mehr, aber du bist bei 30 Euro. Und ich dachte mir so, komm, ich will doch eh grad Geld sparen, da geh ich jetzt. Scheiß-Deal eigentlich. Richtig beschissen, richtig beschissen, aber besser als eine Anzeige zu, jetzt zu starten und irgendwie vor Gericht zu gehen oder sonst wie. Also ich verstehe ehrlicherweise noch nicht so richtig, was jetzt das Problem war, also was, was daran nicht ging, weil das, weil Leistungen und Kosten so sehr auseinander lagen oder was. Ja, genau. Trotzdem ist das Ding doch einmal abgeschlossen und dann, also dann sollten die doch viel mehr auf dich zukommen und müssen sagen, ja, dann ist das jetzt, Kulanz, also was heißt Kulanz, ist ja, die haben einen Vertrag abgeschlossen, so, den erfüllen wir jetzt halt einfach, auch wenn das für uns eine scheiß Rechnung ist, so, wenn das die Auszubildende darunter schrieben hat, dann ist das ja wohl bindend, oder? Ja, eigentlich schon, ich weiß nicht, ich wollte aber auch möglichst wenig Stress haben. Also du hattest einfach nur keinen Bock auf eine Anzeige und wolltest es einfach auch lösen, hast gedacht, hauptsache ich habe irgendwie Internet und wenn ich noch ein bisschen weniger bezahle, ist okay und, okay, wie ging es weiter? So, dann, dann haben wir so gesprochen, ja, hier 200k-Leitungen nur noch, da, 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 und dann fragt Mellus, ja, wie sieht es denn mit dem Upload aus? Wir bräuchten auch schnelleren Upload. So, jetzt kommt das Schlupfloch, und jetzt sagt die Person, erst mal sagt die, ich habe noch nie eine Frau gehört, die nach dem Upload fragt, und da dachte ich mir echt so, boah, soll ich jetzt direkt doch anzeigen, oder wie sieht es aus? Geiler wäre gewesen, wenn er gesagt hat, ab, was? Router anschließen, so hat er mich angeräumt. Router anschließen, merke ich gar nicht, wie ich es sage. Und, dann hat er so gesagt, hä, warum fragst du denn danach? Und dann die so, ja, wir streamen ab und zu auf Twitch und so was. Wir sind Internetstars, Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. So ein bisschen Influencing-Zeug und so. Und dann sagt er so, echt, ihr streamt auf Twitch, was macht ihr denn da? Ich so, ja, wir spielen so ein paar Videospiele. Und der so, echt cool, kennst du GTA Online? Und ich so, ja, ich kenn GTA Online. Hey, cool, wollen wir das mal zusammen spielen? Wollen wir das mal zusammen spielen? Ich so, äh, ja, können wir gerne machen. Hättest du sagen müssen, wenn wir auf 20 rauskommen, dann können wir gerne mal eine Session spielen. Und dann gibt, dann sagt er so, ja, gib mir mal bitte ganz kurz dein Handy. Und dann nimmt er mir mein Handy aus der Hand und es war entsperrt und dann sagt er so, ja, ich geb kurz meine Nummer ein. Was? Und dann kannst du mich gerne anrufen. und ich so, okay, und dann gibt er so seine Nummer ein und die Nummer gibt er mir mein Handy zurück. Ja, ich bin, ich bin, keine Ahnung, wie der hieß, kein Plan mehr, wie der hieß, Johannes oder sowas. I don't know. Und, ja, ruf mich einfach an, wenn du Bock hast zu zocken. Und ich so, okay, es ist echt schade, dass dieser Laden keine Vorgesetzte hat, die regelmäßig da ist, dann könnte man das mal melden, was das für unseriöse Gespräche da sind zwischen dem Kunden und dem Verkäufer. Und er so, ja, gleich ruft ich meine Kollegin an aus der Kundenzurückgewinnung und die regelt dann alles mit dir. Ich so, okay, dann, danke schön und schönen Tag noch. Dann sind wir auf dem E-Scooter draufgestiegen und der sagt, ja, ruf mich gerne an, ich hab übermorgen Zeit zum GTA Online spielen nach 19 Uhr. Und ich dachte so, was? Nein! Hör auf! Lass mich in Ruhe! Das war so unseriös. Und jetzt hab ich Briefe bekommen, ne, von Vodafone und ich hab noch nicht angerufen, aber auf den Briefen steht, im Prinzip, dass ich jetzt zwei DSL-Verträge angeschlossen hab für jeweils 30 Euro. Aber hey, du hast einen neuen PlayStation-Freund gewonnen. Das ist unbezahlbar. Ich weiß nicht mal, auf welcher Plattform der spielt. Ich kann auch sein, dass der auf irgendwas anderem spielt. Ich hab keine Ahnung. PS3 oder auf dem Nintendo DS oder sowas auf dem N64. Keine Ahnung, Alter. Aber du hast ihn noch nicht angerufen seitdem, oder was? Natürlich nicht. Ich hab ihn immer wieder gelöscht. Er hat einen richtig schönen lauschigen Zockerabend ist des Müllers Lust, sagt man doch in Darmstadt. Ey, Mann, ich will nicht des Müllers Lust erleben. Ich hab das schon mit dir gespielt. Gerade während Korongo soziale Kontakte und so einfach pflegen, neue Leute kennenlernen, ist so schwer. Hier wird dir auf dem Silbertablett einfach ein neuer, guter, kompetenter Upload-Freund empfohlen und du trittst das mit Füßen. Das war der unseriöse, ich war kurz davor, diesen Menschen anzuzeigen. Mit dem spiel ich doch nicht mehr. Mit dem spiel ich doch nicht mehr. Was hättet ihr denn gesagt? Hättet ihr angezeigt oder nicht? Ja, also ... Hättest du angezeigt? Nee, 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 nee. Also ich mein, ich bin schon echt ein krasser Allmann, aber ich hab in meinem Leben schon viele Anzeigen. Nee, ich hab noch nie jemanden angezeigt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also ich weiß, es gibt ja so die sogenannte Online-Anzeige und sowas irgendwie, aber Anzeige, das ist ja an sich wieder so ein bürokratischer Prozess und am Ende versickert das wieder und zum Glück ist mir auch noch nix so Schlimmes passiert, dass das jetzt die einzige Option war, weder im beruflichen noch irgendwie im privaten, aber ja, ich kann schon verstehen, dass man das erstmal versucht, so zu lösen. Jetzt bist du aber wieder da rausgekommen, wie auch vor einem halben Jahr, als du deinen Handyvertrag abgeschlossen hast, hattest du doch auch zwei irgendwie parallel. Das ist so ein Thing von dir, oder was? Ja, es ist absolut ein Thing von mir, aber ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe. Anredo, ganz kurz, habe ich das schon erzählt, was mit dem Kindergeld passiert ist? Oh, nein. Okay. Die letzte Info war, du musst vielleicht alles zurückzahlen aus den letzten Jahren. Aber, aber ich hoffe, Anredo, pass auf, ich hoffe auf mein Bauernglück in dieser Situation. Das Bauernglück ist des Müllers Lust, sagt man, glaube ich auch. Ich hoffe darauf, dass ich des Müllers Lust bekomme und dass der Müller Lust auf mich hat. Denn, ich habe ja vor Ewigkeiten erzählt, dass es den sogenannten Kindergeld-Eklat gab. So, nach, was, was dann passiert ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Aber ich bin mir irgendwie relativ sicher, dass ich es erzählt habe, aber keine Ahnung, ist mir egal. So, die Situation war dann aber, dass wir meine Immatrikulation, Immatrikulationsbescheinigungen haben wir an den Vater Staat gesendet. Und am Ende habe ich eine Nachzahlung von 600 Euro bekommen. Was? Die hast du noch bekommen? Ich habe 600 Euro bekommen. Dein Ernst? Ja. Hast du das schon wieder gemacht? Keine Ahnung. Das ist ja unfassbar. Du trickst dich von einem Punkt im Leben in den nächsten. Weißt du, wir machen hier Headlines auf mit und ich muss von deinem ganzes Kindergeld hier tausende Euro nachts, dann bin ich wieder finanziell ruiniert. Vier Wochen später, ich habe 600 Euro bekommen. Ja, dann super, dann kannst du ja jetzt schon mal fast zwei Monate in das Internet bezahlen. Das ist doch alles top. Ja, das ist doch super. Das ist doch super. Ey, Mann, ich hasse doch einfach alles, André, Ich könnte kotzen. Aber sei doch froh. Sei doch einfach froh, dass man da so auf dem Silbertablett einfach mal... Unity Media rumschlagt. Nein, am Ende muss ich jetzt mit diesem Typen GTA Online spielen. Ich glaube, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Es war schon mit dir, GTA Online zu spielen, war schon eine Überwindung. Ich hatte zwar riesigen Spaß, aber ich bin einfach diesem Spiel überdrüssig. Naja, aber er hat ja nicht deine Nummer. Du hast ja nur seine. Das ist ja eigentlich noch die glücklichere Variante, dass er sich nicht ständig bei dir meldet. Und solange du ihn nie anrufst oder ihm nie schreibst, hat er ja gar keinen Draht zu dir. Außer der klingelt bei dir, weil er ja datenschutzmäßig einfach auch deine komplette Adresse haben könnte. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich glaube auch, was das unangenehm... Doch, er hat das wirklich gesagt. Oh mein Gott, deshalb hat er mich nicht angeklingelt. Mir fällt es gerade ein. Der guckt da drauf und sagt, ja, deine Handynummer habe ich ja. Ah, stimmt, der hat die ja. Oh Gott, ist das unseriös. Boah, safe, dann würde ich... Dann mach doch die Anzeige. Der darf doch nicht einfach... Der darf doch nicht einfach jetzt aus irgendeinem... Alter, auch wenn das jetzt auf einem sehr, sehr kleinen Level datenschutzmäßig kacke ist, ist es halt einfach extrem un... Ein Junge, der betrügt. Ich wurde betrogen, Anredo. Betrogen um ähnliche Euro. Nee, du bist einfach zu dumm, einen richtigen Internetvertrag abzuschließen. warum? Das war letztes Jahr schon so, dass es dieses Jahr wieder so ist. Ich dachte, ich stehe in den Unity Media Store und dann ist gut. Ich dachte, das ist offiziell, da geht es nicht. Die einzige Person, die überhaupt noch mal inhaltliche Fragen zum Vertrag stellt, ist Dr. Farmaus, weil sie einmal den Begriff Upload gelernt hat. Den kann ja sowieso keine andere Frau in ganz Deutschland. Und ansonsten fehlt euch jegliche Kompetenz, Verträge zu bewerten. Das ist immer so. Ja, okay. Wie bewertest du denn Verträge? Erzähl doch einfach mal. Was würdest du denn da so bewerten? Also bei so Handy- und DSL-Verträgen ist es schon so, da gibt es ja immer so meistens so zwei in der PDF, ich mache es ja meistens online, so zwei Seiten, wo so alles so extrem klein geschrieben ist. So diese grundsätzliche AGB. Weißt du, die immer gilt. Die immer gilt. Und die lese ich tatsächlich immer durch. Auch so ein bisschen aus Neugierde, nach dem Motto, was schreiben die da rein? Und ganz oft, also beim Handyvertrag, gibt es zum Beispiel eine Kleinigkeit, die irgendwo ganz klein immer nur steht, weil die je nach Anbieter unterschiedlich ist, nämlich die Drosselung. Und zwar, also klar ist es klar, nach wie viel Highspeed du gedrosselt wirst. Das ist meistens groß irgendwo hingeschrieben. Ist auch auf dem Verkaufsargument. Hey, bei uns gibt es so und so vier Gigabyte, 20 oder sowas. Aber wirst du dann auf ein M-Bit gedrosselt, wie zum Beispiel bei O2-Free ist das ja so. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Oder wirst du auf 64k Bitbyte, sind des Müllers Lust, oder auf 32 so. Und das ist zum Beispiel eine Info, die immer nur ganz klein irgendwo steht. Aber zum Thema Vertrag, ich bin da wirklich so sehr almern, dass ich in der Regel so richtige Verträge sehr genau durchlese, aber so Haustür-Geschichten, beziehungsweise wenn jetzt hier der Klempner kommt und irgendwie mein Wasser wieder heiß macht, da muss man manchmal auch was unterschreiben. Und wenn das in so einer Unterschreibesituation ist, die so überrumpelnd ist und wo ich auch nicht richtig, weißt du, also ich weiß, okay, das wird mein Vermieter bezahlen, ich mach hier nichts, da lese ich das aber auch nicht durch, weil das finde ich dann auch so unverschämt, wenn man dann so, solange sich das alles durchliest, oder wenn du irgendeinen Quatsch quittierst oder so. Sobald da irgendwo eine Unterschrift hingesetzt werden muss, überfliegt das maximal und denkt auch immer, ach komm, da ist noch nie was passiert und weiß auch nicht, was jetzt hier ist mir auch zu anstrengend. Mann, Alter, du bist, du fuckst mich ab damit. Du fuckst mich damit ab. Ich muss dir ehrlich sagen, das ist wieder dieses, natürlich ist es gut, den Vertrag durchzulesen. Und ja, klar, das ist viel, viel smarter. Das ist wie eine private Altersvorsorge abzuschließen oder nicht, keine Ahnung, Kokain zu nehmen oder nicht zu rauchen, keine Ahnung, sich nicht den Bleistift ins Auge zu stecken, wer weiß, nicht den ganzen Tag auf der scheiß Couch zu sitzen und Mayonnaise zu essen. Das sind alles Dinge, die sind objektiv schlecht, die macht man aber trotzdem regelmäßig. So, und du bist die Person, die sagt dann, oh, du musst dir die Verträge durchdrehen. Ich verstehe das nicht mal. Ich bin Bachelor mittlerweile auf Online-Journalismus. Mein Ding ist, Texte zu können. Und das Ergebnis davon ist, dass ich kein Wort davon verstehe und auch viel zu faul bin. Ich lese mir das doch nicht durch. Aber du bist ja auch kein Jurist. Also so Verträge sind ja auch oft. Ja, aber du schon oder was? Nein, aber ... Ja, siehste. Du kannst doch nicht darauf schließen, nur weil du in der Uni ein paar Texte gelesen hast und dir einbildest, Chefredakteur zu sein und irgendwelche Artikel über Videospiele zu schreiben, dass du dann auch ein Verständnis von juristischem Deutsch hast. Das sind ganz andere Formulierungen. Dann ist dieses komische Paragraph-Symbol, das kann ich immer noch nicht. Dann mache ich so zwei S untereinander, weiß gar nicht, ob das so richtig ist und so. Das sind ja auch so Eigenarten, die man ... Es ist ja nicht umsonst ein eigener Job. Ähnlich wie diese ganze Steuerberatungsnummer, obwohl da ja einige Leihen, unter anderem ich. Und du bist der Tausendsasser, der jetzt auch Jurist ist parallel oder wie? Nee, aber guck mal, bei einem Steuerberater gibt es halt einfach viele in Deutschland, die dann sagen, ja, das mache ich selber. Aber da würdest du ja auch bei so einem juristischen Ding nie drauf kommen. Also ganz, es gibt doch wenige, die einfach nur sagen, ich möchte keinen Anwalt, ich mache das alleine, ich vertrete mich selber, ich habe mal ... Heiko Schrang hat das gemacht. Wer? Ja. Kennst du Heiko Schrang? Nee. Das ist so ein Verschwörungstheoretiker von Schrang TV. Der ist so ein esoterischer ... Oh Gott. Nicht schon wieder dieses Verschwörungstheorie. Und der hat, der wollte, der zahlt seit drei Jahren oder so keinen Rundfunkbeitrag und hat dann gegen den, gegen ARD und ZDF, hat er geklagt. Gegen Dr. Angela Merkel geklagt, weil die das ja verantwortet. Hat gegen die sogenannte Volksverräterin geklagt und hat sich selbst vertreten und hat sich dann wohl im Gerichtssaal mit, mit Mohammed Ali und Gandhi verglichen und dass er den Weg des Lichts bestreitet und sowas. Im Gerichtssaal, dafür hat er argumentiert. Ist natürlich nach hinten losgegangen, die ganze Geschichte. Aber so könnte ich mir das auch vorstellen, auch bei dir, muss ich ehrlich sagen. Nee, nee, nee. Du verstehst so einen Vertrag. Also wenn der jetzt steht, wenn der jetzt irgendwas steht in Klausel 9, Absatz 1 Million, dann sagst du, mhm, okay, das ist ja interessant. Und was passiert, wenn du etwas siehst, was dir nicht gefällt? Was machst du dann? Unterschreibst du trotzdem? Ja, ehrlicherweise ist das ja oft an so einem Punkt zu spät. Ich unterschreibe ja auch nicht viele Verträge. Also auch im Beruflichen oder so tue ich das nicht beziehungsweise wenn, dann ist das irgendwie, machen das irgendwelche Legals und so. Also im Privaten, die einzigen Verträge sind halt wirklich so Handy, Strom vielleicht noch, Arbeitsvertrag, so, das sind so vielleicht die Sachen. Und da gibt es ja selten so Klauseln, wo man irgendwie denkt, was heißt denn das? Das bedeutet für mich das, das möchte ich anders haben. Also es sind ja alles meistens so Standarddinger. Beim Arbeitsvertrag kann man vielleicht noch was individualisieren, aber je nachdem, in welcher Position du bist, kannst du sagen, das möchte ich aber nicht oder ja, meistens sind das ja auch einfach nur da steht, das Einzige, was da flexibel ist, ist das Geld und vielleicht die Urlaubstage und der Rest ist ja einfach und hier Datenschutz und deine Woche ist so und so. Keine Ahnung, aber ich möchte gerne viel eher mal klären, nachdem wir jetzt über dieses Vertragsding gesprochen haben und immer wieder hier im Podcast nicht richtig klar ist, wer der größere Allmann ist. Das würde ich gerne testen, Basti, denn es gibt einen wunderbaren Allmann-Test und den möchte ich ganz gerne einfach mal auch bereitstellen für alle Hörerinnen und Hörer. Ist verlinkt hier in der Podcast-Beschreibung und ich würde dich ganz gerne einfach mal ja, fragen, anhand von zehn kleinen Fragen, inwiefern du so auf der Allmann-Skala weit oben stehst. Sehr, sehr gern. Wir legen los mit der ersten Frage. Dein Kumpel schuldet dir noch 50 Cent. Was machst du? Nicht mehr mit ihm reden, bis er mir das Geld gibt, immer darauf ansprechen und Geld zurück verlangen, anzeigen, juckt mich nicht. Ich glaube, das wäre ein Schritt zu viel. Ein Schritt zu viel, da würde ich, glaube ich, offiziell auch den Rechtsweg gehen und anzeigen. Anzeigen, alles klar. Bei solchen Sachen auf jeden Fall. Und du? Ja, ich auch. Da hört der Spaß irgendwann auf. Weißt du, man sagt ja immer, Kleinvieh macht auch Mist in des Müllers Lust und wenn man bei jedem Freund jetzt hier einfach, ne, hier, ach komm, stimmt so, stimmt so, stimmt so, wir haben ja alle so viele Freunde. Da kommen ja irgendwann, da kommt ja ein kleines Einfamilienhaus in Düren oder so vielleicht zusammen, wenn du dein ganzes Leben Da kommt Karl Lauterbach her. Ja, ist ja kein Wunder. Und der hat eine schöne Fliege an, deshalb würde ich anzeigen. So, absolut. Zweite Frage, du fährst auf einer 80er Straße außerorts, das ist jetzt schon fast wie ein Führerschein, Basti, pass genau auf, also stell dir vor, du hättest den Führerschein. Du fährst auf einer 80er Straße außerorts, wie schnell fährst du? Lieber noch ein bisschen langsamer, nur zur Sicherheit, 90 bis 100, 80, auf keinen Fall drüber, so mindestens 100. Also, Moment, ist da so ein Verkehrszeichen mit einem blauen Pfeil, der nach rechts zeigt? Äh, ja. Ich würde, ich würde im Zweifel, würde ich Fußgänger und Fahrradfahrende, Fußgängende und Fahrradfahrende, in Klammern MWD des Müllers Lust, Spurende, würde ich, würde ich sehr, sehr gern durchlassen und deshalb, bisschen unter 80, immer vorsichtig sein, mäßig. Du? Okay. Ähm, boah, ich bin seit fast einem Jahr kein Auto mehr gefahren, merke ich gerade, ich glaube, ich habe das verlernt. Oh Gott, du hast, du bist bald wie so eine alte, alte, wie so ein altes Waschweib. Kein Auto mehr, junger Mann. Ich habe zwar den Führerschein, ich habe Angst im Dunkeln zu fahren. Du bist die alte Schlampe, die das Haushaltsgeld versäuft. Ja, du bist es. Ich komme jetzt in so eine Routine rein, dass ich sage, ich habe Angst im Dunkeln zu fahren. Junger Mann, also alleine fahre ich sowieso kein Auto mehr und in die Parklücken und so weiter. Ich kann auch den Hals nicht mehr so richtig mit dem Schulterblick, seit die Korongoviren meinen Körper befallen haben. es geht nicht mehr so. Möchten Sie ein Heißgetränk? Nein, also ich glaube, bei einer 80er Straße würde ich schon auch dann 80 fahren, aber die richtige Antwort gibt es für mich jetzt nicht, so 80 plus minus, sondern 90 bis 100, je nachdem. Nee, also ich würde für dich jetzt einloggen, lieber noch ein bisschen langsamer, nur zur Sicherheit. Jopp. Nächste Frage. Ein Freund war bei dir und hat eine Pfandflasche bei dir liegen gelassen. Was machst du? Ich lasse meine Pfandflaschen auch bei ihm liegen das nächste Mal. Interessiert keinen. Ich gebe ihm beim nächsten Treffen die Pfandflasche oder das Geld. Ich überweise ihm das Pfand demnächst zurück. Ich würde das Pfand behalten. Uuuuh. Obwohl, nein, nein, stimmt gar nicht. Nein, 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 stimmt nicht, stimmt nicht. Ich würde die Pfandflasche zurückgeben, weil ich hasse Pfand. Ich brauche den Scheiß nicht. Das heißt, genau, ich gebe ihm beim nächsten Treffen die Pfandflasche. Alles klar. Wie begrüßt du deine Freunde? Jetzt gibt es fünf Antworten. Hi oder Moin? Selikum, kuss links, rechts, Gott zum Gruße, was geht? Guten Tag, Thorsten. Ich sage immer Meddle Moin. Geht das? Meddle Moin wäre dann für mich dieses Hi, schrägstrich Moin, ja. Ja. Was sagt ein Hai, nachdem es einen Surfer gefressen hat? Netz serviert, so mit Frühstücksbrettchen. Wie witzig findest du das? Gar nicht, haha, zum Totschießen, halt's Maul. Ich würde ein Haha nehmen. Vielleicht auch zum Totschießen. Das ist echt nett, ja. Du siehst, wie dein Kumpel von zwei Typen verprügelt wird. Was machst du? Ich gehe sofort hin und kämpfe. Ich rufe die Polizei. Ich schaue aus der Deckung heraus, um die Situation zu beurteilen. Ich rufe ganz laut, dass sie das lassen sollen. Ich drohe denen mit Anzeigen. Ich würde so tun, als ob ich die Person nicht kenne. Ich würde einfach weggehen und sagen, oh, sorry, habe ich nicht gesehen. Ich hatte AirPods in den Ohren und keine Hose an. Was soll ich denn tun an dieser Stelle? Das würde ich gerne einloggen. Diese Deckung, also dieses, nichts wirklich unternehmen, aber auch nicht eingreifen und eher so ein bisschen weggehen. Ja, nimm mal die Deckung. Was wärst du lieber? Informatiker, Lehrer, Arzt, Kfz-Mechatroniker, was anderes Handwerkliches? Dann Informatiker. Uh, ich glaube du, na, hm. Meine persönliche Idee wäre jetzt, dass es gar nicht so almanig jetzt gerade wird. Ähm, eine Schulklausur steht an. Was machst du? Ein paar Tage vorher anfangen zu lernen, gar nicht lernen, nicht lernen und irgendwie versuchen zu schummeln. Lieber mal so zwei Wochen vorher anfangen zu lernen. Ich würde gar nicht lernen. Nicht mal schummeln, ich würde einfach gar nicht lernen. Weil nur ein Freund von mir würde schummeln. Vielleicht hätte der Freund auch diesen Test beantworten sollen. Vorletzte Frage. Ihr wartet mit der Klasse vor dem Klassenraum, aber der Lehrer kommt auch nach zehn Minuten nicht. Was machst du? Wenn einer sagt, komm, wir gehen alle, mitgehen, zum Sekretariat gehen und nachfragen, ganze Zeit vor dem Klassenraum warten oder in der Pausenhalle, wenn einer sagt, komm, wir gehen alle, nein sagen, versuchen die anderen zu überreden, dass alle nach Hause gehen. Ich würde versuchen zu überreden. Ich bin so der Redelsführer dann in der Situation und würde sagen, komm, wir hauen jetzt einfach ab, Freunde, wir machen jetzt einen drauf, wir gehen jetzt in Rewe nebenan und holen uns geil, wir holen uns geil so ein bisschen Lütten, Lütten und trinken das einfach. Boah, da sehe ich dich total. Sangria, das kommt aus Spanien. Da sehe ich dich total, aber auch so lächerlich früh, weißt du, der Ding-Dang-Dong kommt, der Ding-Dang-Dong kommt gerade frisch und du so, ja, wir können aber auch gehen, Leute, ne? Also, der kommt nicht mehr, der Herr Schmidt-Meyer-Schachtel-Fußkopf, der ist krank. Wollen wir gehen? Ne, aber wirklich auch so, ja, der kommt nicht mehr. Hä, der kam doch noch nie. Letztens in der Parallelklasse, da gab es eine ähnliche Situation, der kam da nicht, der kam da nicht, Wir können wirklich, also, wir können gehen. ich glaube, der ist krank heute. Wir können gehen, wir können, also, gehen, ich gehe, also, ich gehe jetzt und dann gehe ich so zwei Schritte und drehe mich dann um. Hey, Leute, wir gehen doch jetzt oder nicht. Hey, safe, ja, okay, letzte Frage. Was für Musik magst du? Charts, Dubstep, Country, Schlager, Rap? Ich höre Rap. Ich höre Rap. Ich bin's, der Rap-Hörer, obwohl ich aktuell gar keine Musik höre. Ich bin aktuell nicht der Musik-Hörer. Okay, damit ist der Test beendet und die Auswertung sieht wie folgt aus. Du bist schon größtenteils allmannmäßig unterwegs, aber noch ist nicht alles verloren. Das finde ich frech, dass man hier suggerieren möchte, dass man als Allmann verloren ist. Das sehe ich ganz und gar nicht so. Ich finde, Allmann ist eine Lebenseinstellung, ein Lifestyle, den man ruhig auch pflegen kann. Ich finde den Witz mittlerweile richtig langweilig. Das ist kein Witz, das ist ein Spirit. Dieser Allmann-Witz, weißt du, an was mich das erinnert? An Phil Laude auf YouTube. Da könnte ich brechen, Alter. Fong-Speech. Fong, Fong, Fong. Ja, genau das, genau das. Mittlerweile, also, ich würde, also, es ist ganz, ganz übel. Ganz, ganz übel. Ich habe jetzt ganz, ganz schlechte Vibes davon bekommen. Ganz, ganz schlecht. Können wir nicht über irgendwas Edgies, Cooles reden, über was wir sonst immer reden? Können wir nicht wieder, weiß ich nicht, kannst du nicht wieder in Unterhose irgendwo sitzen? Du wirst lachen, aber ich sitze natürlich gerade in Unterhose. Ich auch, Alter. Wo ist deine Hand? Aber es geht auch nicht anders, Leute. Hände gerade beide auf dem Tisch, weil es klebt einfach alles. Ja, bei mir auch. Bei diesen Temperaturen, also, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ihr wisst ja, was man sonst auch so mit der Hand machen kann, aber es klebt ja einfach jedes Körperteil. Ohne Scheiß. Man ist komplett frisch geduscht. Man denkt auch so, oh, jetzt eine kalte Dusche. Unter der Dusche denke ich so, boah, das ist aber ganz schön kalt. Ich möchte doch lieber warm duschen. Dann komme ich aus der Dusche raus. Alles total warm. Und man eigentlich, bei mir, es entsteht gar nicht dieser Trockenprozess. Ich habe ja immer so einen Bademantel, der ist auch viel zu warm natürlich im Sommer. Und dann trockne ich mich nur so mittelmäßig ab, weil ich denke, ah, ich kann ja jetzt trocken und Haare föhnen brauche ich auch nicht. Und dann wird man eigentlich gar nicht richtig trocken. Und klar, am Anfang denkt man, oh, jetzt rieche ich wieder frisch. Aber es ist halt ganz schnell, dass es in eine sogenannte Klebesituation kommt. Und das finde ich meistens sehr bedenklich im Sommer, weil es immer so ein bisschen unhygienisch wirkt. Unhygienisch, glaube ich, ist das richtige Wort. Ist es Müllers Arsch. Pass mal auf. Ich würde gerne, ich würde gerne, sehr, sehr gerne noch eine Sache erzählen. Ich bin ja gerade, ich habe ja gerade meinen neuen Job angefangen. Oh, stimmt. Ich war jetzt viel unterwegs deshalb, in Wiesbaden und Umgebung. Und ich habe drei Obdachlosen-Geschichten, die Leute, die ganz, ganz lang schon dabei sind, wissen, was da auf einen wartet. Baskis Obdachlosen-Stories. Genau. Pass auf. Ich habe drei Stück zur Auswahl. Ich sage, ich sage dir eins, zwei oder drei. Und du musst dir eine aussuchen. Letzte Chance. Vorbei. Die nächsten würde ich dann in den nächsten Folgen erzählen. Ich würde nur gerne eine kleine reinstellen. Du bist ein Storyteller, weißt du? Du hast schon wieder eine Dramaturgie gestrickt. Ich bin einfach so ein bisschen, der Typ, der anteast, dass ihr die nächsten Folgen hören müsst. Kannst du denn das wie bei eins, zwei oder drei so anteasen, die drei Möglichkeiten? Und dann springe ich mit so einem komischen Ball, den ich vorher nehmen muss, auf so Feldern rum und dann geht das Licht an. Ja, machen wir das so? Sehr, sehr gerne. Okay. Eine obdachlose Person. Eine obdachlose Person. Eine obdachlose Person. Drei. Eine obdachlose Person. Mehr möchte ich dir leider nicht antesen. Oh nein, wo hoppst du hin? Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ihr müsst euch mal ganz kurz, ganz kurz vorstellen, dass wir gerade in unserem Studio sitzen und es ist super warm und dann Redo sitzt hier nur in Unterhose in einem Airpod im Ohr und redet mit mir und hoppst gerade von links nach rechts die ganze Zeit. Sehr, sehr unangenehm. Und ich bin auf der Drei stehen geblieben, auf die Drei gehopst, weil des Müllers Lust, aller guten Dinge sind Drei und hoffe, dass jetzt hier die Feuerwerksraketen bei der Drei hochgehen. So, okay. Die Drei ist eine relativ easy Story, ist trotzdem mal wieder kurios, was da passiert ist an dieser Stelle. Wir waren Minigolfen. Minigolfen ist ja unser Ding. An dem Tag habe ich meinen persönlichen Rekord und den Rekord in unserem Freundeskreis geknackt, was die Punktzahl anging. Das war sehr, sehr cool. Ich habe mal ganz kurz eine grundsätzliche Frage zum Minigolfen. Seid ihr sicher, dass das Minigolf ist oder fühlt es sich für euch nur an wie Minigolf und es ist eigentlich Golf? Ist Minigolf. Ist eher eine Minigolf. Das kostet auch 3,50 Euro pro Person. Also ich glaube nicht, dass echtes Golfen so günstig ist. Das ist ja auch in so einem Schullandheim des Müllers Lust und so. Der Müller ist nebenan, mült gerade oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir danach dann, haben wir gesagt, oh, das war mal wieder eine fetzige Runde, haben sie uns so das Handtuch hinter die Schulter so geworfen, haben gesagt, gesagt, so, jetzt erst mal zu Beckes. So, dann sind wir zu McDonalds gefahren mit dem Auto und sind in den McDrive gefahren. Wie viele Leute wart ihr denn? Dr. Farmaus gefahren? Vier, ja. Und du saßt vorne als Gatte und hinten noch zwei Leute drin. Genau, richtig. Und war das eher so eine sogenannte Eis-Situation oder war das eher eine, ja, Menü, Kleinigkeiten, Pommes, Burger? Kleinigkeiten mit Menüsachen und eine Milchshake. Aber nicht die sogenannte Eis, ah, okay, die sogenannte Milchshake-Ebene, die man aber kombiniert mit einem deftigen Mahl. Genau, richtig. Es ist die deftige Mahl, deftige Mahl-Milchshake-Situation. Ganz, ganz klassisch. Ganz klassisch bei uns im Mittzwanziger-Bereich. Die hab ich zum Beispiel nicht. Also ich hab immer nur, im McDrive bevorzuge ich eigentlich die sogenannte Eis-Situation, also wirklich ein sogenannter MC Fleury oder Milchshake. Ich glaube, ich hab schon ewig nicht mehr bei McDonald's irgendwas gegessen. Und im Sommer find ich das auch eigentlich geiler, dann einfach nochmal ein Eis. Aber gut, erzähl, ich hab nur gerade wieder gedacht, ich find das einfach verachtenswert. Ich kenn das nur zu gut. Ihr als sogenannte Veganer, die da wieder maximal nur Pommes essen können, das ist ja eigentlich dreist. Wir haben den McVegan gegessen, aber gut. Oder wie heißt das? Ach, boah, kein Plan, Alter. Und wir stehen dort, ne? Und wir stehen da so ganz, ganz normal dann vor diesem Lautsprecher, ne? Sind dann diesen Lautsprecher herangefahren, Fenster runtergemacht und dann hatten die noch nicht gesagt, ja, hallo McDonald's, bitte, was ist Ihre Bestellung? So. Haben die noch nicht gesagt. Zu viel Elan. Das ist immer erstmal, erstmal ewig Pause. Kleinen Moment bitte. Dann kommen wir nach der Grausier-Bestellung bitte. Und dann hat, dann hat sich Mellus, Mellus, Mellus hat ja gefahren und deshalb musste er auch die Bestellung durchgeben und hat sich nach hinten gedreht zu den anderen. Dann haben wir uns halt alle nach hinten gedreht, zu den hinteren Reihen, ich mich auch und dann haben wir halt so mit einer geredet, okay, was nehmen wir, das, 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 okay, gut, interessant. Haben darauf gewartet, dass dann irgendwann kommt, und dann reden wir so ein bisschen, sind so drin, auf einmal hört man nur so, ich habe einen Euro und ich dachte wirklich so, what, was passiert denn gerade voll erschrocken und gucken gerade raus und dann ist da ein Obdachloser, der den Kopf durchs Fenster streckt und fragt, ob wir einen Euro haben. Aber aus dem Fahrerfenster? Ja, aus dem Fahrerfenster. Wo kam der denn bitte her so schnell? Ich weiß es nicht, er kam einfach aus dem Nix, er guckt auf einmal da rein, habt ihr einen Euro und dann Mellus so, ja, sorry, gerade geht leider nicht, gerade geht leider nicht, wir müssen hier gerade diese Bestellung machen und dann hat Gott sei Dank sehr, sehr schnell die Person am MacDrive gesagt, und dann haben wir die Bestellung gedroppt, sind dann nach vorne gefahren und haben gedacht, boah, scheiße, das war der Schrecken unseres Lebens. Aber seid ihr überhaupt Bargeld dabei oder seid ihr so Apple Pay, Leute? Wir haben kein Bargeld dabei gehabt, nee. Dann braucht man doch da eigentlich auch gar nicht, da kann man doch sagen, sorry, no Bargeldo und dann passiert doch nix, oder? Die haben doch kein Kartengerät. so Menschen verachten, denn, pass auf, wir standen dann halt, wir sind dann so ein bisschen weiter nach vorne gefahren und haben dann gesagt, boah, was war das für eine weirde Situation, auf einmal war ein Obdachloser, Mellus voll am Zittern, irgendwie Angst gehabt, weil wir uns halt so erschrocken haben, ne? Und dann sind wir, haben so einen Moment beruhigt, so gerade so ein bisschen Ausgabe und gesagt, okay, cool, alles entspannt. Auf einmal kommt der wieder um die Ecke, ne? Und sagt so, Ja, natürlich, ihr habt ja auch nur gesagt, Moment, natürlich kommt der nochmal. Habt ihr einen Euro oder habt ihr irgendwie Kleingeld? Und Mellus guckt den an und macht einfach das Fenster zu. Das ist natürlich sympathisch, ja. So menschenverachtend, aber sehr, sehr crazy witzig. Ich dachte mir wirklich so, Alter, wie kommt das denn jetzt schon wieder zustande? Woran passiert es denn mal, dass ein Obdachloser da steht? Und dann haben wir zugemacht, haben unser Essen geholt und so und auf einmal saß der da mit anderen Leuten am Tisch und hat so gegessen, mit anderen Leuten zusammen. Irgendwelche anderen Leute haben dem so ein Happy Meal da gegeben und die haben sich einfach zu dem gesetzt. Das war irgendwie so eine ganz weirde Situation, ich fand das ganz komisch. Das hört sich irgendwie lustig, aber wenn man bei einem Obdachlosen, der ganz traurig überall nach Geld fragt, dann ein Happy Meal kauft, um die Situation, da hat er so ein kleines Radio, wo so No Angels kommt, irgendwie, Daylight in Your Eyes, das hält ihn irgendwie wach. Boah, das ist so menschenverachtend, das ist so menschenverachtend, das ist auch ein Mensch, ja, wir wissen das, aber trotzdem war es sehr, sehr gruselig, das war sehr, sehr gruselig, diese Situation. Ganz, ganz unangenehm. McDonalds eröffnet tatsächlich immer total gruselige Geschichten, denn da, also ohne Scheiß, ich glaube, McDonalds bildet so einen richtigen Querschnitt der Gesellschaft als Kunden ab, und zwar auch als Kunden, die man da auch wahrnimmt, weißt du, viele haben ja so, oh, da sind aber die Kunden dann eher nur im McDrive oder nur online oder was auch immer. McDonalds, wenn du da auch einfach mal sitzt, war da jetzt auch schon ewig nicht mehr, ich glaube, es ist ja jetzt wieder richtig möglich aktuell, dass man da auch so sitzen kann, klar, da ist so viel so ein bisschen, da hat man so ein schlechtes Gefühl und denkt so, okay, die sind hier irgendwie alle zwei Tage und das große Sonntagsmenü wird bei McDonalds verspeist, aber da sind halt auch einfach, da sind schlussene, Schüler, da sind Businessmen und Leute, die da eben mal schnell durchfahren und voll Assis und manchmal auch Obdachlose, aber gerade diese Schülernummer bei uns neben der Schule, ja nicht direkt daneben, aber so, 200 Meter entfernt war ein sogenannter McDove, wie meine Eltern heute noch sagen. Nein, 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 man sagt ja eigentlich, das Restaurant zur goldenen Möwe ist das Müllers Lust an dieser Stelle. Ja, aber ähnlich wie du eben im Allmann-Test die Frage beantwortet hast mit dem, der Lehrer kommt nicht und so weiter, war es bei uns zur Schulzeit immer der große Struggle. Ähm, wir hatten teilweise, ja, man kann das nicht Ganztagsunterricht nennen, aber wir hatten dann so in der Mittelstufe manchmal noch so nachmittags so, ähm, ja, so Wahlpflichtscheiße und so, da hatte ich Italienisch mal kurzzeitig, dann hatte ich so eine komische Informatiknummer mit so, wo man so HTML und so ein Kram gemacht hat und da waren wir halt so bis 15, 16 Uhr in der Schule. Ich will noch eine kleine Info droppen, noch eine ganz kleine Info, ich hab meine Spanischnote bekommen, ich hab eine 1,7 und das völlig legit. Mein Kumpel hat auch eine 1,7 und der hat ja gespickt, aber ich hab auch eine. Dann Glückwunsch an dich und deinen Kumpel, das ist eine super Leistung. Ich weiß nicht, ob meine Spanischleistungen aus der Schule jetzt noch ausreichen würden, um mit irgendwelchen Grundkenntnissen in den Unikurs zu gehen, ich glaube nicht und wenn, dann müssen wir auf jeden Fall ein paar Bälle zuwerfen, aber damals, wie gesagt, es ist noch nicht so richtig das Modell Ganztagsschule gewesen, insofern war diese ganze, das ganze Mittagessen, das wurde, glaube ich, erst damals so etabliert, dass man sagen muss, okay, hä, aber wenn die Schüler, Schülerinnen und Schüler irgendwie bis 15, 16 Uhr in der Schule bleiben, dann wäre es vielleicht noch nicht schlecht, wenn die irgendwas essen könnten, was nicht so ein belegtes Brötchen mit einem Hotdog ist, was es hier im Kiosk irgendwie gibt. Aber diese ganze Mittagsnummer, die war nur so mittelmäßig, weil die Schule war nicht so richtig ausgestattet dafür, es gab zwar so eine komische Küche, wo man irgendwie in der Adventszeit mal in der sogenannten Projektwoche irgendwie mal Plätzchen backen kann oder so, aber das ist eigentlich, ja, völliger Quatsch, um da, weiß ich nicht, wie viele hundert Schüler zu bekochen jeden Tag. Insofern wurde dann langsam so eine komische, wurde das so extern irgendwie geholt, weißt du, so krankenhausmäßig, so, oh, das Catering da von dem Krankenhaus da aus dem Landkreis, das bringt uns hier mal mit so einem Wagen so fertige Menüs und so, das war natürlich alles immer scheiße und auch, da musste man sich vorher anmelden und sagen, was man will, also es war alles mega unflexibel. Weshalb wir natürlich lieber zu McDonalds gegangen sind, das durften wir aber natürlich nicht, weil Grundstück verlassen und Versicherung und was die Lehrer da erzählen und dann wurde es, ja, dann sind, keine Ahnung, neunte, zehnte Klasse oder so, dann wurde es halt irgendwann auch langsam so lächerlich, weißt du, dass man gesagt hat, Alter, wir gehen einfach zu McDonalds und dann haben die Lehrer oder die Schulleitung auch eingesehen, okay, bei den Schülern, die jetzt hier so irgendwie 15, 16 sind, könnte man ja da über eine kleine Lockerung nachdenken, natürlich sind die noch minderjährig und da kommt der Allmann-Test wieder, wir müssen da ja eigentlich einen Vertrag abschließen und dann mussten wir für jeden Tag, den wir außerhalb in der Schule essen wollten, sprich zum Dönermann oder zu Meckes oder wohin auch immer, von unseren Eltern so einen Wisch mittragen, das ist so, boah, dann mussten unsere Eltern oder Erziehungsberechtigten oder wie auch immer wirklich, es gab nicht mal einen Vordruck dafür, einfach so formlos einfach sagen, hiermit bestätige ich Matthias Schmidmeier-Schachtelfuß, dass meine Tochter Lea Schmidmeier-Schachtelfuß am 15.03.2010 das Schulgelände um 14 Uhr für ein Mittagessen verlassen darf. So, und das musste aber jeden Tag geschrieben werden und mitgetragen werden von uns und dann gab es tatsächlich Lehrer, die dann da an der Grenze, wie man es von der Grundschule kennt, wo so eine weiße Linie auf dem Asphalt gemalt ist, wo die standen und wirklich uns 15, 16-Jährigen jeden Tag diesen Wisch, da mussten wir denen dann vorzeigen und nur dann durften wir zu McDonalds und so. Und natürlich hatte nicht jeder jeden Tag so einen fucking Wisch dabei. Und dann gab es schon einige Situationen, wo es zu regelrechten Ausbruchsituationen aus der Gesamtschule gekommen ist, wo man dann über andere Ecken das Schulgrundstück verlassen hat, um sich einfach ein Hamburger Royal TS in die hohle Muschel zu drücken. Und das ist halt so oft passiert, weißt du? Boah, diese ganze, ey, wir könnten einen ganzen Podcast über die Schulzeit machen, weil meine Schulzeit war einfach das reinste Drama und so, so untypisch, denke ich auch immer. Ich weiß nicht, ob so eine Situation bei euch auch der Fall war. Ich glaube, heute ist es halt echt nicht mehr so krass, weil einfach auch das Mittagsangebot ein bisschen besser ist und man auch einen Weg gefunden hat. Früher waren anscheinend alle davon überrascht, dass auf einmal Schülerinnen und Schüler auch Hunger haben mittags. Und wenn die Schule das nicht gewährleisten kann, dass jeder was Geiles zu essen kriegt, dann müsste man vielleicht mittags mal irgendwo hingehen. Das ist sowieso kurios. Also ich muss auch immer wieder an die Schulzeit denken und erinnere mich dann immer an so ganz weirde Situationen, ganz, ganz weirdes Zeug. Ich habe gerade nichts, woran ich mich erinnere. Aber irgendwann erinnere ich mich bestimmt auch mal wieder an etwas aus der Schulzeit. Ich dachte, jetzt kommt so eine Situation mit, aber ein Freund von mir hat mal so und so. Nein, 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 wirklich, wirklich. Ich habe gerade im Hinterkopf habe ich gerade so eine Situation, mit der ich letztens mit einem Freund drüber geredet habe und ich habe es leider völlig vergessen. So ehrlich muss ich leider sein an dieser Stelle. Ich habe es völlig vergessen. Ich weiß es einfach nicht mehr. Aber ist auch egal, weil die, weil die reichhaltigen Schulstories, die hast ja auch du. Du bist ja einfach der Schulstory-Man. Hau mal eine raus. Ja, die, die Schulfragen habe ich immer, beziehungsweise eine Frage hat jemand gestellt auf unserer Webseite, rundfunk17.de slash Thema. Da könnt ihr natürlich jederzeit Themen vorschlagen. Da kommen immer eine Menge. Wir versuchen die immer mal wieder langsam abzuarbeiten. Und da kam ein Vorschlag vom User, die dumme Schlampe, die das knappe Haushaltsgeld versäuft. Das war ich. Sie hat geschrieben, wart ihr früher eigentlich mal Klassensprecher in Klammern MWD und was machen Klassensprecher überhaupt? Basti, warst du mal Klassensprecher? Du bist doch so ein Klassensprecher-Typ. So, du bist doch so achte Klasse, warst du doch irgendwie so der Coole, wo alle gesagt haben, komm, ist doch witzig, dann wählen wir den. Ey Mann, ich war doch immer der Unseriösste von allen, der sich aus allem rausgehalten hat. Also der im Prinzip nicht sich aus allem rausgehalten hat, sondern eher der Typ, der bei nichts mitgemacht hat. So, bei solchen ganzen Aktionen war ich immer der Typ, der gesagt hat, boah, Leute, können wir nicht einfach nach Hause gehen? Und war vielleicht der Coole ab und zu? Aber nicht so der Richtige? Nee, wenn du der Coole gewesen wärst, dann wärst du Klassensprecher gewesen. Nein, 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 das sind auch ganz oft die Coolen dabei. Nein, 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 also bei uns war es, ich sag's dir ganz offen, es war nicht die coolste Person. Es war immer die, die am ehesten seriös war, der man noch am ehesten, von der man dachte, boah, die Person ist fleißig. Aber hattet ihr immer noch einen? Hattet ihr nicht auch mehrere pro Halbjahr? Wir hatten immer zwei, glaub ich. Nee, in jedem, in jedem, doch Halbjahr eine Person, glaub ich. Ach, kein Plan, ey. Nee, wir hatten, glaub ich, in jedem Halbjahr zwei. Und auf jeden Fall war ich das nie, ich hab mich da voll rausgehalten, ich dachte mir wirklich so, boah, diese ganzen Klassensprecher sind alles für mich kecks, die sollen alle mehr aus der Sonne gehen, die können gern irgendwie mit dem, mit den Lehrern im Jacuzzi chillen und ab und zu die Kreide irgendwie wegbringen und die Tafel wischen, das ist mir völlig egal, macht was ihr wollt so, ich bin raus. Ich bin raus, ich hab mich ab und zu mal als Gag aufstellen lassen und hab mir ein, zwei Stimmen irgendwie geholt und fand das dann ganz, ganz zum Totlachen. Hast du dann dir auch selbst eine Stimme gegeben? Ja, klar, natürlich. Und das war's, also mehr, mehr hab ich nicht gemacht. Wie sieht's denn bei dir aus? Du warst doch safe keiner. Ich war Mehrfachklassensprecher. Ernsthaft? Ja. Ich glaub, ich war in jeder Schule, ich war auf vier unterschiedlichen Schulen, von Grundschule bis zum Abi und, naja, nicht auf jeder, aber ich war, also dreimal war ich safe Grundschulsprecher, würde ich schon sagen. Dreimal war ich safe Klassensprecher. Aber warum? Warum? Also das weiß ich auch nicht so richtig. Ich meine, es hat schon in der Grundschule angefangen, am Ende der, ich weiß nicht, ob es in der zwei, gab es das von Anfang an, ich weiß nicht, so ab der zweiten vielleicht gab es Klassensprecher und die wurden für jedes halb Jahr gewählt und das ist ja jetzt auch gar nicht ungewöhnlich, wenn man, sagen wir mal, drei Jahre in einer Klasse ist, dann sind das ja sechs, äh, äh, Legislaturperioden, wie ich das damals genannt habe und wenn es zwei Klassensprecher gleichzeitig gibt, dann kommen da ja zwölf Leute unter Umständen dran, so das ist ja die halbe Klasse, insofern ist die Chance gar nicht so schlecht. Ähm, um die Frage von die dumme Schlampe, die das knappe Haushaltsgeld versäuft, zu beantworten, ich habe keine Ahnung, was ein Klassensprecher macht. Wie gesagt, ich war das dreimal und wir haben nie irgendwas gemacht und auch, äh, Tafeldienst, das war ja was Separates so und auch Klassenbuchdienst wurde dann bei uns eingeführt. Das ist dann meistens so ein, so ein kleines Mädchen in so einem Rock, was einfach immer das Klassenbuch rumträgt in den, in den Räumen und so und dafür sorgt, dass das, dass das, keine Ahnung, dass da jeder Lehrer dann auch unterschreibt. Und dass dann niemand das knappe Haushaltsgeld versäuft. Ja, aber ich als Klassensprecher, ähm, hatte definitiv nichts zu tun, außer zur sogenannten, äh, McDonalds-Zeit, so neunte Klasse rum, weil dann gab es ja noch den Schulsprecher bei uns in der Mittelstufe. Der, der war ich nicht. War der des Müllers Lust? Ja, auf jeden Fall des Müllers Lust, aber irgendwie war man dann, das habe ich nicht so ganz richtig, äh, bedacht in meinem Wahlkampf, der ja dann meistens auch innerhalb von einer Schulstunde anfängt und auch beendet ist und dann ist die Wahl auch schon, also das ist ja, ne, äh, ich war dann auf einmal in diesem, in diesem, wie nennt man das, Schülerrat oder was? Also da waren auf einmal alle Klassensprecher jeweils, äh, waren dann quasi untergeordnet dem Schulsprecher für Sachen, die die Schule betreffen. Und da ging es dann bei uns zum Beispiel nur um den Abschlussstreich oder so ein Kram. Aber da hatte ich, ich hatte, also, ich verstehe auch nicht, was ein Klassensprecher macht. Das Einzige, was es ja wirklich bringt, was ich auch glaube, was es wirklich gebracht hat, ist so ein bisschen so ein Verständnis für eine Wahl und auch für eine, ja, für so eine, ja, für eine demokratische Entscheidung und so. Und da hat man ja auch schon, glaube ich, als Lehrer immer drauf geachtet, dass es dann auch wirklich geheim ist und dass die Leute sich aufhören, dass jeder die Chance hat und so weiter und so fort. Aber, ähm, das war auf jeden Fall keine große Sache. Man fühlt sich natürlich selbst total cool, auch wenn man dann, ähm, natürlich gewählt wird und am Ende gewinnen tut. Das ist schon irgendwie eine coole, eine große Ehre, aber das wird ja auch, weiß ich nicht, ob das, ja, vielleicht, nee, in der Grundschule, also es steht ja auch nirgends im Zeugnis oder so. Ähm, macht aber vielleicht schon so ein bisschen so einen guten Eindruck bei so komischen Nazilehrern vielleicht, die dann daraus ablesen, dass da wohl, ähm, eine hohe Anerkennung innerhalb der sogenannten Kameradschaft in der Klasse, in des Müllers Lust sein könnte. Aber wirklich bringen tut's nix. Aber ich war auch früher, ich war eine sogenannte Gallionsfigur der Klasse. Also ich war die sogenannte Speerspitze, ähm, nee, war ich nicht, aber ich hatte immer... Du warst der King Bob oder was? Ich hatte so, nee, ich hatte manchmal wirklich zwischenzeitlich eine sehr komische Rolle in der Klasse. Eine, eine Art, ähm, weiß ich nicht, ob das zu viel Engagement von mir manchmal war oder auch meine persönliche Art... Mann, Alter, weißt du, was du warst? Du warst der übermotivierte Typ, der immer überall alles gemacht hat und zu viel gelernt hat und so. Und du warst der Typ, den einfach alle ausgenutzt haben. Hey, gib mal bitte die Hausaufgaben. Ja, dann mach du als Schulsprecher, du hast eh nichts im Leben zu tun. Nein, nein, nein. Das war's nicht. Ausgenutzt nicht. Dafür war ich auch, dafür hab ich auch selbst zu gerne auch andere ausgenutzt und dafür war ich auch nicht in jedem Fach gut genug. Und die schulische Leistung war zwar gut, aber jetzt auch nicht so, dass ich da, ich war auch nie der Streber. Aber ich glaube, ich konnte einfach, weil ich, äh, auch in keiner, ich war nicht so Teil von einer Clique und verhasst mit der anderen. Ich war bei allen so ganz okay, also wirklich bei den ganz Uncoolen, bei den ganz Coolen so ein bisschen. Also halt überall war ich so ein bisschen mit drin. Das heißt, ich war dann einfach, ja, so, keine Ahnung, so das kleinste, kleinste Übel, ne? Wählst ja niemanden, den du irgendwie scheiße findest oder der irgendwie, keine Ahnung, wenn du hier bei den, bei den, bei den Hells Angels bist und dann gibt's hier noch die, wie heißen die anderen, die Hot Banditos oder keine Ahnung. Die Hot Banditos, das klingt wie so, wie so ein echt scharfer Taco. Aber eine Sache fällt mir doch ein, auch in der Mittelstufe und meinem, meinem Überengagement. Ähm, das war die Zeit, als man auf einmal ja für jeden Scheiß so Homepages gemacht hat, ne? Mit so einem Homepage-Baukasten jumpstyleismystyle.pixo.com. Ja. Und, ähm, auf einmal hieß es so, ja, wir brauchen doch mal eine Klassen-Homepage. Ich weiß nicht genau warum und ich weiß auch nicht, warum ich gesagt habe, ja, das mach ich. Klasse. Ja, um sich selbst darzustellen und so. Und, ähm, auf einmal habe ich mich in meinen sogenannten Entwicklerraum, aka Kinderzimmer gesetzt und, äh, in dem Thulia-Baukasten eine Klassen-Homepage gebaut. Ich weiß gar nicht, mit welchem, mit welchem Ziel und was das bringen sollte und auf einmal war die halt da. Und dann, ähm, hab ich gedacht, okay, ja, dann machen wir hier, dann machen wir jetzt hier von jedem Foto und stellen die vor und schreiben da einen frechen Spruch drauf und dann haben wir hier ein Gästebuch, da war ja noch, da war es ja noch üblich, dass man ein Gästebuch hat, wo man Sachen reinschreiben kann und dann gibt es ein Fotoalbum, wo eben Fotos von der Klassenfahrt sind und whatever, so die nächsten Klausurtermine oder Schul-, wie nennt man das, Arbeitstermine und so. Und, ähm, dann war ich auf einmal der sogenannte Webmaster. Und das hat eine sehr, sehr gruselige Eigendynamik entwickelt, weil wir einfach auch Sachen gemacht haben auf dieser Webseite, die, ja, mit heutigem, also heute betrachtet würde ich sagen, das hätte auch alles ordentlich in die Hose gehen können. Also zum einen natürlich dieses Ganze, ne, ich meine, alle wussten, dass es diese Homepage gibt, das war ja nicht über den Kopf hinweg entschieden, aber, ne, von jedem ein Foto, von jedem der volle Name und, äh, Wohnort und alles öffentlich im Internet. Wohnort? Von den Lehrern natürlich auch. Ach du, da war alles dabei, da stand, glaube ich, da die Telefonnummer drunter. Nein, Adresse, Telefonnummer, alles. Und, ähm, dann haben wir, dann hab ich das immer so, das war, glaube ich, so in der, wirklich sehr früh angefangen, in der siebten Klasse war das, glaube ich. Und dann haben wir diese Homepage immer so ein bisschen weiterentwickelt. Wir hatten die wirklich von der siebten bis zur zehnten und ich hab natürlich wieder viel zu viel Effort reingesteckt. Du kennst mich. Wir haben eigentlich alle drei Monate ein neues Design gehabt, weil ich Langeweile hatte. Ich hab mich da einfach auch ausprobiert und Sachen, ne, einfach so ein bisschen, ja, Sachen gestaltet. Und jetzt ist, oh, jetzt kommt alle vorbei, ab dem 1. Juni gibt's hier den großen Relaunch und wirklich so getan, als wäre das jetzt hier so das Thing. Und das fanden auch alle geil. Und dann war unsere Homepage auf einmal grün und nicht mehr orange wie am Anfang. Und dann waren diese ganzen Giphys mit herzlich willkommen, so ausgetauscht durch so coole 3D-Schriften und sowas. Und, ähm, ja, wirklich, dann wurden auch die Bilder natürlich, was eigentlich auch ganz schön ist, weil wir jedes Jahr so ein Bild gemacht haben und das ja auch in einer Zeit ist, wo man sich auch körperlich und optisch verändert hat, hast du richtig gesehen, wie natürlich dann eine siebte Klasse, achte Klasse, neunte Klasse, zehnte Klasse. Und irgendwann so in der achten Klasse, als ich natürlich bin ja ein sogenannter Content-Marketing-Spezialist und einfach kreatives Mastermind, dann haben wir ausgedacht, wir brauchen jetzt eine neue Idee für unsere Webseite. Und dann haben wir angefangen, die Lehrer zu bewerten. Dann haben wir gedacht, das ist doch brillant, die stellen uns immer Zeugnisse aus. Jetzt stellen wir denen Zeugnisse aus. Und dann habe ich irgend so ein Plug-in gefunden, wo man wie in so einer Umfrage halt so, ne, so Noten eingeben konnte. Und dann haben wir halt für die Lehrer Noten, äh, ja, verteilt in verschiedenen Disziplinen, ne, in whatever, ist der sympathisch, ist der cool, äh, Sex-Appeal und wirklich so richtig peinlichen Kram. Echt Sex-Appeal? Nein. Und das alles veröffentlicht mit dem Namen und allem. Ich hab schon gedacht, Alter, das kannst du, das kannst du doch heute gar nicht mehr machen. Du kannst doch nicht wirklich ohne deren, und die haben das ja auch alle gewusst, die haben das ja auch alle gesehen. So, das fanden zwar nicht alle cool, dass da irgendwie der Herr Baumarsch irgendwie, äh, ne Vier hatte, bei, bei, äh, pädagogischer Stil irgendwie. Aber, ja, da hat auch keiner groß was gesagt, weil natürlich jeder so meinte, ach ja, Website und so. Und er hat natürlich auch einen Counter, der immer gezählt hat, wie viele Leute da drauf waren. Und da waren schon wirklich, ich glaube, das war dann auch irgendwann fünfstellig. Also, es war schon innerhalb dieser Jahre ordentlich, äh, Traffic da drauf. Und ich als Webmaster. Das waren wie viel davon, was du selbst? Naja, ich war da natürlich jeden Tag mehrfach drauf. Ich weiß nicht, ob der einfach nur die, äh, Impressions quasi gezählt hat und ich einfach mit Aktualisieren auch, äh, ein Visit habe. Oder ob der das anhand der IP wahrscheinlich nicht. Das waren ja wirklich alles sehr, sehr einfache, äh, Bausteine. Aber, kurz nochmal zum, zum Schluss. Ich war, wie gesagt, dieser Webmaster und hab mich in dieser Webmaster-Rolle so wohlgefühlt. Und ich hab ein Bild dazu im Kopf, das wirklich einfach beschreibt, was ich für ein kompletter Vollidiot bin. Denn, auf dieser Klassen, äh, Homepage, auf der alle Schüler vorgestellt wurden, alphabetisch, ähm, waren, wie gesagt, die Fotos von den Leuten, die ich natürlich auch gemacht habe mit meiner Digitalkamera. Da gab es immer ein sogenanntes Klassen-Homepage-Fotoshooting und, äh, wie gesagt, dann der Name und alle Infos und ein Satz. Ja, ja, die Lea, das ist die freche Maus und die turnt gerne. Punkt. Was stand bei dir? So, jetzt kommt's. Ich hab natürlich als Webmaster mich da von dieser ganzen Truppe so ein bisschen abgesetzt und hab das dann, hab mich dann so ganz ans Ende gemacht. Pass auf, ich weiß ganz, ganz normal, wie es ist. Du, also pass auf, da ist so eine Reihe, sagen wir mal, mit fünf Leuten, fünf Bilder und darunter steht jedes Mal was. Und das sind alles diese Reihen. Und du warst im Prinzip über, in der Mitte als großes Bild und du hast am Kopf so eine kleine Comic-Krone gehabt. Nee, 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 ich war schon ganz unten, aber schon optisch sehr, sehr abgesetzt. Doch, doch, so war's. Nein, aber ungefähr. Denn ich war der Einzige, der nicht das Foto benutzt hat, das wir alle nacheinander vom gleichen Hintergrund gemacht haben. Ne, also wir haben dann einfach in der Schule an einem, ne, jetzt machen wir die Fotos, zieht euch alle schick an und so weiter, einmal gemacht, auch von mir. Ich guck das zu Hause an und denk, so, das sieht ja überhaupt nicht geil aus, das Bild. Und ich hab ja, fliegt ja meine Hand, was ich hier mach. Weißt du was? Ich mach jetzt einfach selber ein Bild von mir. Und dann habe ich, damals in meinem Kinderzimmer hatte ich einen riesengroßen Eckschreibtisch, das sah aus wie so ein kleines Büro. Ich weiß, dass du gemacht hast, ich weiß, dass du gemacht hast, du hast eine Piloten, nee, so eine, so eine, so eine, nein, wann war das, welches Jahr? Boah, weiß ich nicht. Nuller Jahre noch? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, dann hast du eine Fahrradsonnenbrille auf und hast so das Victory-Zeichen gemacht, während du so die Lippen gespitzt hast. Nein, nein, nein. Ich hoffe, dass ich dieses Foto noch finde, ich such danach, aber ich weiß, ich glaube nicht, weil ich hab ja auch die Festplatten von damals nicht, aber ich gucke wirklich, weil ich hab dann, wie gesagt, Kinderzimmer noch so schön mit so gelber Tapete, ein riesengroßer Eckschreibtisch, der mitten in den Raum ragt, als wäre das so ein Büro. Ich fand halt damals das geil, dass man so einen großen Schreibtisch hat, hab den dann so in den Raum gestellt, mega ineffizient. Hab dann ein, hab dann das Kamerastativ meines Vaters genommen, darauf meine Digitalkamera, Selbstauslöser und habe ein Foto von mir gemacht mit dem Laptop, sodass man so sieht, das ist der Webmaster. Und auf dem Laptop war diese Webseite auf, das war, gerade als ich aus dem Urlaub aus der Türkei kam, ich komplett braun, also wirklich sehr, sehr gebräunt, sehr, sehr stark, hab das alles noch so nachbearbeitet, dass ich einfach aussehe wirklich, es war alles, ich sah aus wie Donald Trump, völlig unnatürlich. Und ich war dann wirklich dieser Webmaster, der auf dieser Webseite ganz unten separat abgesetzt, so Anredo in Klammern 13, das kluge Müllers Lust Mastermind hinter diesem in HTML1 programmierten Baukastenscheiß, ich weiß es nicht mehr. Ja, ist in der Feuerwehr und sowas irgendwie, keine Ahnung. Ist in der Feuerwehr, du bist echt der Inbegriff eines Losers. Auf jeden Fall stand da Webmaster und ich hab dieses Foto, das war wirklich, boah, das ist so peinlich, wirklich dieses ganze Zimmer so unaufgeräumt und hinten dann dieser Laptop, dass man, dass wirklich jeder Idiot sieht, cool, der hat die Seite gebaut. Und dann ein Jahr später, ähm, gab's natürlich wieder ein neues Foto, hab ich ein neues auch wieder da gemacht und bei jedem Redesign der Webseite hab ich mit so einem schlechten Programm auf den Laptop-Bildschirm die neue Webseite draufgelegt, damit man, damit das direkt das neue Design ist und so. Ernsthaft? Das war, ey, das ist ein dunkles Kapitel meiner Vergangenheit, ich hab mich wirklich gefühlt wie der Coolste, wirklich, als wäre ich jetzt so ein Informatiker, Webdesigner bald und ich war einfach nur der größte Loser und jeder hat gedacht, was ein Vollidiot, Alter. Ey, ohne Witz, ich find, das ist der Hammer, das ist der Hammer. Das ist einfach nur hochnotpeinlich. Ich hab sowieso das Gefühl, in der Schulzeit hat man wirklich modische Verfehlungen auf Doom and Darkness, ich hatte auch mal so einen Fototermin, da hab ich mir so, ähm, hab ich so Wetgel in den Haaren gehabt, so ein Iro und hatte dann so ein blaues, kurzärmliches, seidenartiges Hemd an mit so Drachen drauf. Du weißt ganz, ganz genau, welcher Vibe so, diese Nullerjahre-Drachenhemden, ganz übel, ganz übel. Alter, Fototermine in der Schule, das ist unerträglich, wie man da auf, wie man eben wusste, da kommt der Fotograf und dann muss ich vorher noch zum Friseur und dann zieh ich mir was Schönes an und dann gibt's dieses eine, da werden da ja alle, das ist ja so eine Maschinerie, wie dann da alle durchgeschleust werden. Erstes Gruppenfoto, dann jeder einzelne, alle begaffen dich bei den einzelnen Fotos, jetzt lach doch mal, zeig doch mal Zähne und so weiter. Und du denkst einfach nur, Alter, ich hab gar keinen Bock, dieses Bild und dann, die Eltern wollen's ja eh immer und dann kriegst du diese scheiß Mappe, allein dieses System, war das bei euch auch so? Das hat dann irgendwie drei Wochen gedauert, dann waren die entwickelt und jeder Schüler kriegt so eine Mappe ausgeteilt, wo das aber alles schon drin ist. Und dann kann man sagen, welche man behält, wo ich auch so denke, Alter, ich hab doch gar nichts bestellt. Aber die kalkulieren einfach, dass fast jeder den Scheiß kauft, ne? Das hat ja auch geklappt. Und bis auf einige wenige Ausnahmen hat den Bums auch jeder jedes Jahr genommen. Ist das heute noch so oder ist das auch wieder so DSGVO? Also da müssen erstmal die Eltern unterschreiben, hiermit gestatte ich, dass ein Foto von meinem Kind gemacht wird und so. Hoffentlich, Alter. Ja, ich würd auch gern, dass ihr unterschreibt, ne? Hier bei Rundfunk17, bei Patreon.com könnt ihr sehr, sehr gern unterschreiben und Geld geben, Freunde. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, das sollte man tun. Genau, ansonsten gibt's im Shop auf shop.rundfunk17.de viele Möglichkeiten, einfach mal einzukaufen und uns damit zu supporten. Oder bei Amazon einfach auf den Rafflink klicken, der ist auch hier in der Beschreibung, irgendeinen Bums kaufen, da kriegen wir auch ein kleines Provisionchen. Ansonsten freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcasts zum Beispiel. Einfach mal fünf Sterne geben, wenn ihr das noch nicht getan habt und gerne ein paar Sätze dazuschreiben. Und ja, wenn ihr wollt, dass wir über euer Thema diskutieren, dann könnt ihr das vorschlagen auf rundfunk17.de slash Thema. Vielleicht ist es dann bald schon dabei. Ja, Roffel, Roffel, was war das wieder für ein Potpourri der bunten Themen? Spaß, Fun und ab und zu habe ich doch ein Tränchen. Mein Wänkchen runterkohlen Lässchen, weil ich Gelächchen habe des Möllers Lust. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Rundfunk17. Genießt die heißen Tage. Ich glaube, es könnte nochmal ordentlich ballern, also auch Gewitter-mäßig vielleicht diese Woche. Gewitter! Ich, wie gesagt, wäre auch mit zehn Grad weniger einverstanden so. Und jetzt ist es hier aktuell auch so schlechte Luft hier in dieser Wohnung, dass ich ganz gerne einfach die Wohnungstür öffnen würde, während ich hier in Unterhose sitze. Habe aber ehrlicherweise ein bisschen Angst. Weiß nicht, ob ich das machen soll. Vielleicht auch einfach nur das Fenster. Ich habe auch Angst, wenn das hier nicht bald endet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, Freunde. Tschüss.